Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 274. Heute sprechen wir über Wrestler-Transformation. Wir sprechen also darüber, was geschieht, wenn ein Wrestler sein Gimmick wechselt, was kann da gut funktionieren, was kann da schlecht funktionieren und quatschen da ein paar Beispiele durch. Also mal wieder ein schöner Konzept-Podcast, den wir hier im Programm haben. Aus aktuellem Anlass natürlich auch so jemand wie Bray Wyatt und der Fiend ist da so ein schöner Punkt, den wir da auf jeden Fall ansprechen werden. Egal wie, mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist auf der einen Seite David Kloß vom Mann TV. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und in der anderen Leitung ist der Mann, der technisch ungefähr so bewandert ist wie meine Mutter, der Michael Schäcki-Schwarz. Wunderschönen guten Tag. Das stimmt gar nicht. Darf ich hier auf diesen roten Hörer drücken? Drück die Hand. Genau, ich drück die Hand. Also zur Erklärung von einigen. Ich habe eine neue Mac-Version auf meinem Mac und scheinbar hat unser Aufnahmeprogramm das nicht für gut geheißen. Deswegen mussten wir jetzt ein bisschen improvisieren. Also das heißt eigentlich, wir hängen seit knapp 50 Minuten hier oder 40 Minuten in einem Skype-Gespräch und Schäcki versucht panisch irgendwie seinen Mac OS zu bedienen, während David und ich keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Auch da muss ich widerrufen, ich war nicht panisch, ihr zwei waren panisch. Ich war relaxed und bin immer noch relaxed. Du hast den Zorn nicht, das ist der Unterschied. Ja und für die Hörer, der David hat mich auch schwerst beleidigt gerade eben. Der hat mich mit Seth Rollins verglichen. Ja, du bist gerade genauso beliebt bei uns. Ja. Das ist echt das Schlimmste, was jemals jemand zu mir gesagt hat. Ach ja, ich sehe schon, die Stimmung ist gut, so muss das sein. Und ich glaube, da können wir auch gleich einfach mal zum Hauptthema kommen. Man weiß nie genau, wie lang die Leitung hält. Mal gucken, was bei Schäcki noch alles heute technisch schiefläuft. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber mal sehen. Er hat auf jeden Fall zusätzliche Möglichkeiten, wie er sich jetzt hier zu Wort melden kann. Bin sehr gespannt, ob er das noch irgendwann ausnutzen wird und ob ich darauf reagiere. Naja, egal. Wir legen einfach los. Ich hoffe, dass der Podcast genauso gut in der Qualität ist wie sonst auch. Wenn nicht, dann mögt ihr das entschuldigen. Es war ein bisschen ein holpriger Start. Wir sprechen heute über Gimmickwechsel und Transformationen von Wrestlern. Und ich habe es gerade schon angedeutet. Das aktuellste Beispiel ist natürlich Bray Wyatt zu dem Fiend Bray Wyatt. Auch da gab es ja jetzt schon diverse Veränderungen. Es war ja quasi sogar eine Persönlichkeitsspaltung, muss man so ausdrücken. Schäcki, wir beide haben darüber mal unseren Videopodcast mal gemacht und haben das damals nach dem Summerslam als das beste Redebüt aller Zeiten so ein bisschen durchdiskutiert. Bray Wyatt hat auch gesagt, das hat quasi seine Karriere gerechnet. Siehst du das auch so? Das hat es zumindest für ein paar Wochen verlängert. Aktuell bin ich nicht mehr ganz so zufrieden mit dem Fiend-Charakter. Ich glaube, wir alle nicht mehr so. Die WWE hat da ein paar falsche Schritte getan. Und Seth Rollins hat der ganzen Geschichte um Bray Wyatt auch nicht so gut getan. Sagen wir es mal so. Aber es ist immer noch ein geiler Wechsel gewesen. Und ganz abgehakt ist es für mich noch nicht. Also es kann ja noch wieder nach oben gehen. David, wie siehst du das Fiend-Gimmick? Und gerade so in dieser Entwicklung eines Bray Wyatt, dem Eater of Worlds, und dann eben hin zu dem Fiend Bray Wyatt? Ja, Bray Wyatt kann auf jeden Fall super Charaktere darstellen. Ich fand halt auch seinen vorherigen Charakter, als er debütiert ist, fantastisch, super spannend. Aber beim Fiend-Gimmick habe ich halt, das wisst ihr, habe ich in der Gruppe auch geschrieben, ich war sehr kritisch oder skeptisch, wie das dann sein wird über mehrere Wochen oder Monate hinweg. Gerade halt im Ring. Und ich denke, es hat seine Karriere dahingehend gerettet, weil er halt in einem tiefen Loch war. Ich weiß aber nicht, ob er dieses Gimmick erfolgreich im Main-Event-Bereich noch irgendwie ein, zwei Jahre tragen wird oder ob sich das nicht einfach irgendwann abnutzt. Weil die Gefahr besteht halt bei so einem Gimmick in meinen Augen. Genau, das ist ja eh so das Problem, was wir schon von Beginn an bei diesem Gimmick sehen. Plus natürlich, dass da auch noch der Nachteil oder die Problematik nachgereicht wird, dass eben dieses Gimmick im Ring sehr schwer darzustellen ist. Und das haben wir jetzt ja bei Hell in a Cell gesehen. Und wir werden es jetzt vermutlich dann auch demnächst wieder bei Crown Jewel sehen, wo es ja dann auch ein Aufeinandertreffen zwischen Seth Rollins und Bray Wyatt gibt, das auf jeden Fall irgendwo enden muss. Da gibt es ja auch schon Gerüchte drüber, wie das enden könnte, nämlich mit schweren Gegenständen, die man auf den Fiend legt, damit der irgendwie, ja, die Niederlage hier kassieren kann, ohne dass er an Ansehen verliert. Aber trotzdem, also ich sehe es auch so, dass dieses Gimmick auf jeden Fall einem Bray Wyatt extrem geholfen hat, nochmal eine wirklich wichtige Rolle einzunehmen. Und Shaggy, wir haben es auch schon angesprochen, gerade dass er auch hier zu SmackDown gedraftet worden ist, war ja auch so eine Geschichte, wo man dann gesehen hat, okay, mit dem Charakter, da möchte man noch weiter nach oben hinaus, oder? Ja, es gab ja Gerüchte, dass Fox unbedingt diesen Charakter bei sich in der Show haben möchte, dass man in dem Charakter sehr viel sieht. Und das glaube ich auch, und das ist ja wohl auch so. Und schauen wir mal, ob Fox dann immer noch zufrieden ist, wie man aktuell mit dem Fiendcharakter umgeht und ihn aktuell dann auch immer noch in ihren Shows haben wollen. Da bin ich ganz gespannt, und auch wie sich der Charakter weiterentwickelt, ob man es nochmal schafft, ihn wieder so interessant zu gestalten, wie er vor ein paar Wochen noch war. Ich kenne viele, die halt einfach gesagt haben, nee, es ist leider jetzt schon, leider drüber, der Charakter ist gestorben, aber so weit würde ich nicht gehen. Und ich glaube, ihr beide auch noch nicht so ganz. Nee, aber ich würde gerne, wir haben schon fünf Minuten um, ich möchte gerne dazwischen mal grätschen. Weil Olaf, ja, ja, aber Olaf sagte ja, dass ihr von dem besten Comeback oder Redebüt aller Zeiten halt gesprochen habt. Das sehe ich nicht ganz so. Weil wenn ich halt an ein Redebüt denke, ist es in meinen Augen eher Sting, wo ich sagen würde, das ist das Beste und Heftigste aller Zeiten. Ja, da würde ich dir vielleicht sogar auch zustimmen. Wir haben das aber auch nicht so behauptet, sondern wir haben die These aufgestellt. Und haben auch, das war die These, über die wir diskutiert haben, ist es wirklich so? Und wir waren uns beide einig, das ist eines der Besten. Aber Sting ist natürlich, ja, das Paradebeispiel. Also ich meine, Sting hatte zu dem Zeitpunkt, als er seinen Charakter gewechselt, da war er noch interessant, er war trotzdem interessant. Aber er hat seinen Charakter natürlich mit seinem Crow-Wechsel ja noch mal weitaus interessanter und auch für das Publikum noch aufregender gemacht. Und der Charakter war wirklich extrem over. Und natürlich bei Sting konnte man damals ja natürlich auch einen ganz klaren Anstieg in den Ratings und auch in den Pay-Per-View-Bus natürlich feststellen. Deswegen wahrscheinlich das beste Redebüt vielleicht schon, weil es ist natürlich auch schon von der Inszenierung her extrem aufwendig gewesen, was man da eben für Bray Wyatt gemacht hat. Gerade als das erste Mal beim Summerslam aufgetreten ist, da waren wir doch alle davon begeistert. Also egal, ob es jetzt die Kamerawinkel sind, die Maske, die Laterne, das Licht und all das, was irgendwie da mit zusammenhängt. Also da hat man ja wirklich eine Gesamtkonstruktion eines Charakters quasi geformt. Bei Sting hat man das auch gemacht, aber natürlich mit etwas anderen Mitteln zur damaligen Zeit, weil ein paar Sachen waren da einfach nicht möglich. Und bei anderen war es natürlich auch so, dass man da auf andere Ideen gesetzt hat. Mit diesem Crow-Charakter natürlich erinnert ihr euch noch an den Geier, den es damals zeitweise gegeben hat? Ja, super. Ich fand, bei Sting finde ich es halt so prägnant, weil es auch eine extreme Charakteränderung war. Also wir haben halt oft Gimmickwechsel, die so, bei White ist es ja eigentlich nicht so extrem weit weg von dem vorherigen. Es ist ja immer noch mystisch, düster, nur halt jetzt noch mit Horror-Aspekt dazu. Und bei Sting war es, vorher war er der bunte Strahlemann, Kaugummi-Popstar-Held. Und dann plötzlich, bumm, das komplette Gegenteil. Ja, und auch vorher hat er viel geredet. Dann als Crow-Sting hat er quasi nicht geredet. Wobei man da auch sagen muss bei Bray Wyatt, dass man da quasi aus einem Charakter quasi zwei gemacht hat. Einmal den Firefly-Fun-House Bray Wyatt und dann eben den Fiend. Und wie die jetzt miteinander verwoben sind, das ist ja auch noch nicht 100 Prozent klar. Ich meine, dass es eine dieselbe Figur ist, ist ja irgendwie klar. Aber wie da genau die Connection ist, auch da. Jackie, da haben wir auch drüber diskutiert. Und ich weiß auch, dass du ein Freund von diversen Thesen gewesen bist. Aber bis jetzt haben sich ja noch alle nicht so rausgestellt. Du warst ja auch ein Freund der Wander-These, dass der Fiend wandern kann. Ja, war ich in der Fall der These, weil ich sowas da spannend finde. Ich mag ja auch dieses Sci-Fi-Aspekte und diese Horror-Aspekte total. Ich mag solche Filme, ich mag solche Storys. Und ich hätte es cool gefunden, wenn man sowas auch irgendwie eingebaut hat. Klar ist es fürs Wrestling und für die Wrestling-Fans vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt. Aber es wäre geil gewesen, wenn es wirklich in Erfüllung gegangen wäre. Ja, aber es ist nun wirklich wohl nicht so. Und von daher, schade. Ein Versuch wäre es wert gewesen, sage ich mal, hätte den Charakter noch interessanter gestaltet. Für mich zumindest. Aber ich kann auch verstehen, dass es vielleicht auch zu viel gewesen wäre für die Fernsehverantwortlichen. Aber glaubt ihr nicht, dass es irgendwann einmal ein Match geben wird zwischen den guten Ray Wyatt und The Fiend? Weil ich traue es der WWE eiskalt zu. Würde nur aber keinen Sinn ergeben eigentlich, wenn man den Charakter wirklich als schizophrenen Charakter sieht. Wäre es schwierig, aber klar. Also, was haben wir nicht schon alles gesehen? Ja, muss man halt nur jemanden finden, der eine ähnliche Statur hat wie Ray Wyatt und den man dann eben unter die Maske stecken kann. Moment, nicht unbedingt. Machst halt so ein House of Horror-mäßig, was abgedreht ist. Dann spielst du damit ein bisschen. Ich glaub, so was wird früher oder später irgendwann kommen. Also, du musst ja vor allen Dingen eine Geschichte erzählen. Das ist das Wichtigste bei dem Gimmickwechsel für mich, dass halt nicht nur das einen kurzen Impact hat, sondern was dahinter steckt. Genau. Ich meine, das hat man natürlich beim Sting-Debüt, Re-Debüt, hat man das ja meisterhaft gemacht. Allein dadurch, dass man diesen Gegenpart mit der NWO gehabt hat, dass man auch diesen Story-Arc sehr groß aufgezogen hat mit dem verlorenen Vertrauen, was die WCW-Kumpanen, Lex Luger allen voran, irgendwie in Sting gehabt haben. Also, wo dieser Vertrauensbruch da gewesen ist, wo dann dieses Verschwinden da gewesen ist und wo man dann gar nicht mehr genau wusste, auf welche Seite tendiert denn jetzt ein Sting plötzlich? Und als er dann wirklich auch die Position bezogen hat und als da langsam klar geworden ist, so, Hogan ist sein Hauptziel. Das war schon sehr clever gemacht und vor allem auch sehr langfristig gedacht. Das ist ja etwas, was wir aus heutiger Sicht so ein bisschen vermissen, so die Langfristigkeit im Booking und da auch die Ideen, die da auch konsequent umgesetzt werden. Wobei, wenn wir dann an Starcade denken, da sind auch die Ideen beim Sting nicht mehr ganz so konsequent umgesetzt worden. Aber grundsätzlich, ja, da hat eben auch viel Sinn ergeben und auch diesen Mut, den man damals gezeigt hat, einen Sting wirklich komplett aus den Shows rauszunehmen, immer nur hier und da mal zu zeigen und die Leute wirklich so lange quasi, ja, die Möhre vor die Nase zu halten. Diese Möhre, die der gute Sting damals gewesen ist und der ja auch innerhalb dieser Zeit eine Transformation durchgemacht hat. Also, ich glaube, es gab ja auch dann früher Auftritte von ihm, wo er dann ja auch eine andere Maske gehabt hat. Wie gesagt, wir hatten die Szenen mit dem Geier und sowas. Das ist all das, wie man das eigentlich aufziehen könnte. Und da kommen wir eigentlich auch ganz kurz mal zu dem Punkt, nämlich einfach ganz global drüber zu sprechen, was gehört denn alles zu dem Repackaging mit dazu? Weil das ist ja so dieser klassische Ausdruck, den man immer wieder so auf amerikanischen oder englischen Websites liest. Wrestler XY bekommt ein Repackaging oder wird gerepackaged. Shaggy, was bedeutet das? Da gibt es ja verschiedene Varianten. Zum einen, entweder nimmt man den bestehenden Wrestler erst mal aus dem aktuellen Geschehen, gibt ihm eine kleine Auszeit und er kommt dann quasi ein paar Wochen, ein paar Monate später dann mit dem neuen Gimmick über. Die Möglichkeit gibt es, gibt auch die Möglichkeit, dass er zum Beispiel dann Heal und Face turnet und dadurch auch Charaktereigenschaften komplett verändert irgendwie. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder auch schleichende Veränderungen, die gibt es ja auch. Die haben uns ja auch, wie beim, werden ihn sicherlich gleich nennen, ja, der Transformation zu The Rock von Walking My Via. Also das war ja jetzt kein von einem Tag auf den anderen, sondern es war auch ein schleichender Übergang. So Sachen gibt es auch. Und JBL hat es zum Beispiel so gemacht, den sprechen wir bestimmt auch gleich noch an, dass er einfach quasi sich jetzt mit einer Promo im Ring quasi ein neues Gimmick vorgestellt hat und so. Diese verschiedenen Möglichkeiten gibt es da. Wichtig ist dabei auch die Art des Auftritts. Also ich finde, so ein Weed-Packaging gehört immer ein neuer Song für den Entrance und auch immer eine neue Art, wie sie zum Ring kommen, wie sich der Wrestler präsentiert. Und sei es einfach die Geste oder Haltung, wenn ich jetzt zum Beispiel an Wendy Orton denke, Legendkiller im Vergleich zu halt später Viper, beziehungsweise halt in Psycho, war andere Musik, andere Geste. Er hat halt, ja, sich anders dargestellt. Trotzdem war es halt immer noch Wendy Orton. Wobei ich das auch gar nicht so als komplett Transformation, sondern da würde ich eher so das als langsame Charakterentwicklung wirklich ansehen. Also ich finde da, Randy Orton ist da ein schwieriges Beispiel für. Ah, doch. Das war schon damals ein richtig krasser Schwenk rüber, als er plötzlich Psycho war mit Legacy dazu. Und er ist ganz anders aufgetreten. Also für mich ist das ein Weed-Packaging gewesen, weil in dem Moment war halt Wendy Orton eben nicht mehr Boring Orton, sondern plötzlich ein anderer. Das war halt davor auch nicht. Das Legendkiller war auch nicht Boring. Shaggy, was ist deine Meinung dazu? Du musst hier den Salomon spielen und schlichten. Ja, also wir teilen am besten Wendy Orton einmal in der Mitte durch. Weil das ist mir ganz klar auf Olafs Seite. Also das war schon wirklich ein schleichender, also das war keine Transformation neuen Charakter, sondern das war einfach die Charakterentwicklung, die ja in Wendy Orton gegangen ist. Der war ja der Junge und dann später irgendwann, gerade wenn du jetzt seine Gruppierung ansprichst, da war er ja dann quasi der Erfahrene in der Gruppierung. Also das war eine Weiterentwicklung einfach seines Charakters. Ich finde nicht, dass man ihn da komplett neu aufgestellt hat. Ja, ich sehe es anders. Allein schon mit einem Themesong, wo es darum geht, dass du Stimmen im Kopf hörst und er genau das darstellt, was vorher noch nicht mehr ansatzweise irgendwie Thema war. Ich erwarte eben, wenn man diese Transformation hat, da bin ich ein großer Freund davon, wenn das wirklich auch so mit einem großen Paukenschlag beginnt. Und wenn man da auch wirklich auch eine andere Montur und alles Mögliche drumherum hat. Ich finde, hier ist es eine Charakterentwicklung und kein kompletter Charakterwechsel. Weil wie du gesagt hast, er war ja trotzdem noch Randy Orton. Und das ist ja auch vieles von dem, was er ihn vorher ausgemacht hat, war auch da noch da. Ja, aber Moment, We-Packaging heißt dann neu verpacken. Das ist richtig. Das heißt ja nicht, dass du auch den Inhalt komplett wegschmeißt, sondern einfach ... Ja, es gibt verschiedene Arten. Es gibt halt wirklich diesen ganz Krasse, wo man dann sagt, von wegen, was ich vorher, Comicfigur. Und anschließend plötzlich richtig We-Life-Charakter-Psycho. Haben wir auch schon alles gehabt. Oder umgekehrt halt auch. Oder halt wie in dem Falle, ja, so die grundlegenden Sachen sind beibehalten, aber eigentlich eine komplett andere Seite von diesem Charakter und weitergeführt und anders umgesetzt und dargestellt. Also ich kann David auch verstehen, wie er das meint. Also wenn man das so sieht, wie ist es denn bei einem Rocky Malvia zum Beispiel? Klar, man hat den Namen dann letzten Endes geändert. Aber es war ja auch eine logische Charakter-Weiterentwicklung. Es war einfach ein Heal-Turn. Und er war ja dann trotzdem nicht gleich The Rock. Das war ja dann auch ein Schleichner-Übergang. Sicherlich ist da die Veränderung größer als bei einem Wendy Orton. Da muss ich auch Olaf dann wieder zustimmen. Aber es ist auch trotzdem eine schleichende Veränderung des Charakters gewesen. Bei The Rock, finde ich ... Es ist schwierig, ne? ... war es dann vor allen Dingen richtig klar, als er anfing in der dritten Person von sich zu reden. Ja, generell. Das machen wir auch. Die Die-Rocky-Die-Promo. Aber ich finde, da würde ich jetzt ganz klar diese Die-Rocky-Die-Promo als quasi Ende des Rocky Malvia und Beginn von The Rock nehmen. Ich würde das da unterstreichen. Das ist für mich der Cut quasi in dieser Charakterentwicklung. Und danach hast du dann eben den Nation of Domination Rock. Und aus dem erwuchs dann quasi langsamer Wechsel der People's Champion Rock, der dann als nächstes kam quasi. Und dann erst mal der Corporate Champion und dann der People's Champion. Ach Gott, sagen sie jedes Mal. Genau. War das eigentlich bei Stone Cold? Wie war das? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran zurückerinnern. Er war ja schon vor dem King of the Wing eigentlich Stone Cold. Aber wie war das? Es war ja zuerst so, dass er ja auch eine Kurzzeit aus dem Verkehr gezogen worden ist. Er ist ja als Ringmaster damals debütiert, quasi an der Seite von Ted DiBiase, der ihn ja als neuen Million Dollar Champion hier in die Corporation geholt hat. Hat nicht funktioniert. und dann hatte man ja auch das Gefühl gehabt, es gab ja auch eine legendäre Fede mit Savio Vega, Shaggy haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Legendär. Da sind ein paar gute Matches bei rausgekommen tatsächlich. Absolut. Das war auch die größte Zeit von Savio. Aber ja, das war dann, er kam dann zurück. Olaf, sag du es kurz. Die Frage ging ja an dich. Ich sehe es eben auch hier dann eben als Comeback. Und dann ist er ja erst mal als, ich glaube, erst mal war er ja nur Steve Austin. Und dann ist er ja, kurze Zeit später, es gibt ja diese legendäre Geschichte, wo er doch darüber nachgedacht hat, wie er doch einen neuen Namen irgendwie brauchen könnte. Und dann hat doch damals seine Frau, meine ich, zu ihm gesagt, irgendwas mit, war nicht der Tee, der irgendwie Stone Cold gewesen ist? Und dann hat sie zu ihm gesagt, Mensch, das wäre doch ein geiler Name für dich, Stone Cold Steve Austin. Und da war der Moment da. Ja, ist auf jeden Fall besser als die Ideen, die die WWE damals hatten. Man wollte ja den Wingmaster quasi begraben und den neuen Steve Austin holen. Und Olaf, du kannst bestimmt ein, zwei der Namen erinnern, die die WWE hatte als Idee quasi, um den Austin wieder zurückzubringen. Du bist gemein. War nicht Freezy McCool einer von denen? Freezy McCool ist ja ähnlich auf jeden Fall. Mir fällt es auch gar nicht. So nah mit dem Stil. Und da hat ein Steve Austin natürlich gesagt, nee, nee, das geht auf gar keinen Fall. Das geht überhaupt nicht klar. Und dann kam die, also er wollte dann wieder auf Steve Austin auftreten. Und seine Frau hatte dann wirklich die Idee mit dem Stone Cold. Das hast du richtig erzählt. Also, so ist das damals gewesen. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten, wie man eben so einen neuen Charakter, einen Charakterwechsel irgendwie mit einbringen kann. Ich bin vollkommen auf der Seite von David. Wenn ein Charakter sich verändert, dann muss da mehr hinter sein, als nur, ja, übrigens jetzt, ich bin jetzt böse und dann nächste Woche kommst du halt in die Halle und, keine Ahnung, schüttelst den Kindern nicht mehr die Hände und, weiß ich nicht, bist ein bisschen aggressiver. Sondern ich will auch, wenn man sowas macht, natürlich dann auch ein komplett neues Outfit gerne dazu, ein neues Theme Song, einen neuen Theme Song dazu, andere Attitüde, vielleicht im Idealfall sogar auch noch eine andere Art zu sprechen, was man ja beispielsweise bei The Rock auch gesehen hat, dritte Person von sich zu sprechen. Ganz vorneweg ein Matt Hardy damals mit dem Broken-Gimmick, was ja wirklich absolut fantastisch gewesen ist, wo er gesagt hat, mit dem, ich bin das Vessel aus so und so vielen Jahrhunderten und keine Ahnung was. Und da gibt es einen absolut kuriosen Podcast mit Chris Jericho, wo er, also Method Acting-mäßig, wirklich in dieser Rolle bleibt und Chris Jericho dann eben in diesem Slang erklärt, woher diese Sprache überhaupt kommt und wie die sich zusammengesetzt hat und ich weiß nicht was. Also, das gehört da eben für mich auch dazu, dass du da versuchst, quasi so eine kleine Sphäre aufzubauen, ein ganz kleines Universum, um diese Persönlichkeit, um die eben zu unterstreichen. Und dann wird die eben auch interessant. Und da, wenn eine Figur einen Background bekommt und die Motive dahinter natürlich auch noch absolut klar sein müssen, das gehört natürlich auch dazu, Storyline und so, dann kann so eine Transformation eben auch funktionieren. Anderer Punkt wäre natürlich hier auch, manchmal ist es ja auch einfach so, dass sich Wrestler einfach nur in den Ring stellen und sagen, ach übrigens, ich bin jetzt der und der und damit Buster. Oder mit einem Babyface oder Heel-Turn hatten wir das natürlich auch schon. Aber das sind so ein paar Punkte, die da einfach mit dazugehören. Es gibt schleichende Transformationen, es gibt Transformationen, die gehen auf einen Knall, die auf einen Moment herauslaufen. Bei manchen in der Karriere lassen sich auch diese Augenblicke ganz gut festmachen. Wir haben gerade The Rock angesprochen, finde ich, da kann man diese Die, Rocky, Die Promo nehmen. Wir können da mal so ein paar Leute durchsprechen hier. Wir haben Bray Wyatt, haben wir eben schon durchgesprochen, der war ja einfach weg und tauchte dann eben als The Fiend wieder auf. Beim Ringmaster und Stone Cold Steve Austin war es so ähnlich. Shaggy, weißt du noch, wie es damals bei Triple H zum Beispiel gewesen ist? Weil, wenn wir uns mal dran erinnern, der ist ja erst mal noch als Hunter Hearst Helmsley zunächst ja noch debütiert, als Blaublut und davor noch als Terror Rising, wer sich da noch dran erinnert, bei der WCW. Terror Rising noch bei der WCW, genau. Und das Hunter Hearst Helmsley-Gimmick war ja dann angelehnt auch an das Terror Rising-Gimmick. Das war ja dann auch so ähnlich. Und ja, das war auch kein Wechsel von heute auf morgen, sondern das kam dann mit der DX doch auch, der Wechsel, oder, Olaf? Genau. Da war es wirklich auch eher so, dass ja die beiden sich ja hier zusammengeschlossen haben, erst als Gegner, dann als Partner. Und für mich hat das damals erst mal gar nicht so funktioniert. Ich hab diesem Hunter Hearst Helmsley, diesem Blaublut, nicht diesen coolen Charakter abgenommen. David, weißt du noch, wie das damals bei dir gewesen ist? Ich fand, er hat in der Anfangsphase, hat er für mich da überhaupt nicht funktioniert. Ja, du hattest halt diesen Charakter im Hinterkopf, hochnäsig und halt over the top. Und ja, ich weiß, was du meinst. Das war anfangs ein bisschen ... Es passte halt nicht. Es war deplatziert. Du musstest erst mal diesen alten Triple H aus dem Kopf kriegen, damit das halt funktioniert hat. Da muss man halt sagen, ich glaub, alleine hätte es nicht geklappt. Aber dadurch, dass er halt mit Shawn Michaels zusammen war und man halt merkte, anfangs war ja wirklich Shawn Michaels halt die tragende Figur da, da ging es dann nach und nach. Wirklich richtig geklappt hat es aber für mich auch, ehrlich gesagt, erst dann, als Shawn Michaels weg war. Genau das. Das hab ich nämlich auch gerade eben gedacht, dass das eigentlich so der Moment gewesen ist, wo man gemerkt hat, ja, da ist ein Charakter, der will eben nicht nur mit dem Strom schwimmen, sondern in dem Moment sagt er einfach hier, ich nehm jetzt die Zügel in die Hand und ich versuche quasi hier dieses Schiff, die X quasi selber zu steuern. Und das war auch der Moment, wo ich dann gesagt hab, oh, okay, dann akzeptiere ich den auch so. Und daraus resultierte ja dann später auch quasi aus dem, äh, aus diesem Wachsen des Triple H und Hunter the Assembly Characters, wuchs ja später auch dieses The Game Gimmick, was ja, was ja dann groß geworden ist, ähm, mit der entsprechenden Musik und dem ganzen Drumherum. Shaggy, weißt du noch, wie das damals gewesen ist? Weil das war ja auch so eine Zeit, ähm, wo dann ja ein Hunter, wenn ich jetzt mal so Pi mal Daumen überschlage, das müsste 98, 99 gewesen sein, der sich körperlich ja verändert hat. Vorher noch auch in den, vom Outfit her, mit den langen Hosen, neuer Entrance, auch eine aggressivere Attitüde. Da war auch einiges dabei, oder? Aggressiverer Kampfstil, äh, die Hosen wurden kurz, äh, der Körper wurde muskulöser, also der Triple H, den wir heute kennen, quasi das, äh, der The Game, wurde halt wirklich zu so einem Powerhouse. Und, äh, Hast du gerade The Gay gesagt? The Game. Und, ja, das war auch sein Werdegang einfach zum Main Eventer. Und als The Game war er dann wirklich ganz oben angekommen, da war er ein würdiger Main Eventer, das hat man ihm dann abgenommen. Äh, wisst ihr, was noch super wichtig bei ihm war? Mit einer der unwichtigsten, ich habe doch wichtigsten Veränderungen, er hat sich die Haare anders gemacht. Nee, es mag doof klingen, nee, jetzt denkst du an die erste Frage, die wir im Podcast hatten. Genau das. Aber, nein, das, das hatte eine gravierende Auswirkung. Weil einfach dadurch die Optik auf einmal, mein, als die Ex, äh, war er ja auch schon muskulöser, aber das sah einfach ganz anders aus. Gerade wenn er halt den Kopf hat hängen lassen, das war einfach direkt bedrohlicher. Und diese kleinen, Kleinigkeiten, die machen oft bei Gimmicks sehr viel aus. Er sagt David wahrscheinlich nur, weil er also ja auch gerade die Haare nass hat. Ich wünschte, ich hätte so viele Haare. Nee, aber auch der ganze Entrance war ja dann auch viel beeindruckender und weit weniger verspielt, als das natürlich der, die Ex-Entrance gewesen ist. Das war ja auch was ganz anderes einfach. Das war auf einmal ernst, das war bedrohlich und das ging eben da auch in eine komplett andere Richtung. Und wir können ja noch mal so ein paar Transformationen hier durchsprechen. Wer mir da jetzt im Nachhinein eingefallen ist, der auch da mit reingehört, ist ja auch der Undertaker, wenn wir mal so sehen. Da gab es erstmal Transformationen natürlich, also beziehungsweise nicht Transformationen, es gab Entwicklungen, so logische Entwicklungen innerhalb der Geschichte, wo man dann versucht hat, da ist der Undertaker dann mal, der Phantom der Oper Undertaker gab es ja dann zwischenzeitlich. Es gab den Ministry of Darkness Undertaker. Aber es gab ja dann vor allem auch, David, den Biker-Taker damals. Wie hast du es damals aufgenommen? Ja, ich bleib dabei, ich mag einfach dieses Gimmick nicht so. Beziehungsweise für mich war einfach der Undertaker, ja, Deadman, Walking, alles schön und cool, aber das hat halt bei mir dieses mystische und unmenschliche ein bisschen gekillt. Und ich war ehrlich gesagt super froh und anscheinend nicht nur ich. Ich meine, Biker sind in Amerika super hoch angesehen, muss man dazu sagen. Deswegen war es halt klug, ihn halt so zu präsentieren. Aber bei mir, ich war echt froh, als er dann wieder zum normalen Taker wurde. Also wirklich, wofür auch der Name steht. Shaggy, wie war es bei dir? Warst du ein Freund vom Big Evil damals? Sagen wir es mal so, also ich unterstreiche das, was David gesagt hat. Ich fand das zeitweise mal ganz, ganz, ja, irgendwie erfrischend, dass der Undertaker mal ganz anders war. Aber so eigentlich wollte man den Totengräber dann auch irgendwie wieder sehen. Also der hat ja auch innerhalb des Totengräbers, wie du es gesagt hast, innerhalb des Undertaker-Charakters, ohne seine Biker-Zeit, auch kleine Veränderungen gemacht. Den Phantom der Ober-Undertaker, den du genannt hast, das lag ja daran, dass der Undertaker, glaube ich, eine gebrochene Nasenhöhle hatte. Deswegen hat er ja so eine Maske zeitweise gehabt. Aber den Zombie-Undertaker ganz am Anfang kann man ja auch nicht mehr vergleichen mit dem, ja, mit dem Ministry-Undertaker, aber auch nicht mit dem Undertaker, der dann später die fantastischen Matches abgeliefert hat. Das waren ja wirklich auch grundverschiedene Undertakers. Aber ich habe auch noch ein paar gute Beispiele. Wenn du nicht noch was zum Undertaker sagen willst, ich habe noch zwei tolle Wrestler, die auch gute Beispiele für den Gimmickwechsel geben. Darf ich den Namen nennen? Hau rein. Und zwar den ersten. Das ist jemand, der seinen Namen behalten hat und trotzdem drei grundverschiedene Gimmicks in der WWE hatte innerhalb von gar nicht so viel langer Zeit. Und zwar Crush. Den kennst du sehr gut, Olaf. Der hatte doch auch als Demolition-Crush. Dann gab es den Kona-Hawaii-Crush. Und dann gab es später noch den Psycho-Crush. Und alle drei haben nicht funktioniert. Na, frag Olaf. Ich war ja ein großer Freund des Kona-Crush. Das waren wir damals alle als Kinder. Nein, ich nicht. Doch, als Kinder allein schon diese Geste. Ja, aber man hat es versucht. Und man hat aber den Namen beibehalten. Das ist doch auch was, was ungewöhnlich ist in der Zeit irgendwie gewesen. Man hätte ja auch den Namen verändern können. Man hat zum Beispiel einen, jetzt nenne ich den anderen Namen, einen Charles White, einen Papa Shango, einen Karma, The Supreme Fighting Machine oder The Godfather. Das waren auch drei grundverschiedene Gimmicks. Das war der gleiche Typ. Und eigentlich, wenn man es nicht wirklich weiß, dann hätte man das nicht erkannt. Das ist der gleiche West-Lover. Ja, also beim Godfather und Karma da schon eher. Natürlich bei Papa Shango dann irgendwie ein bisschen weniger. Aber auch da, wir haben jetzt gerade eben noch über so erfolgreiche Gimmicks gesprochen. Auch schwierig. Also Papa Shango war mit Sicherheit erfolgreich, zumindest kurzzeitig, hatte durchaus große Fäden gehabt, hat sich durchaus auch etabliert und es ist vielen Leuten im Gedächtnis geblieben. Karma, Shaggy? Nee, das ging gar nicht. Das hat auch null funktioniert. Der war ja auch immer in Stable drin und immer bei Werk. Ja, der war auch beim, der war auch beim Million Dollar, was bei der Million Dollar Corporation auch, oder? Ja, genau. Und bei der Nation of Domination landet er auch noch, ja. Stimmt, da war ja auch noch, und da gab's dann halt auch innerhalb quasi da diesen schleichenden Wechsel zum Godfather. Ja, Godfather war halt perfekte Undercard-Gimmick. Das war einfach ein wirklich aufgesicherter Job. Wen ich zum Beispiel heftig finde für den Gimmickwechsel her, ist Wikishi. Weil er hat ja vorher, glaube ich, Sultan, was halt gar nicht funktioniert hat, hat sogar gegen Swag gekämpft. Schreckliches Match. Und dann kam er halt als Wikishi und holy shit, wo du einfach merkst, manchmal müssen auch gewisse Konstellationen einfach zusammenkommen, dadurch, dass er halt die Partner hatte und dann halt so ganz anders aufgetreten ist und plötzlich war der Typ over wie Hulle. Ja. Absolut. Ich meine, da war's ja dann wirklich so, dass Wikishi davon extrem profitiert hat, dass die Leute ihn auf einmal angenommen hatten und dass auch dieses Hommage-Gimmick, was ja so ein bisschen an Yokozuna angelehnt gewesen ist, dass das einfach supergut funktioniert hat. Plus, dass er auch noch jemand gewesen ist, der ja auch gute Leistungen gezeigt hat. Shaggy, wir haben ja da zuletzt noch in den Helden aus der zweiten Reihe auch unter anderem drüber gesprochen. Das war durchaus ja auch phasenweise jemand, der so ein bisschen am Main-Event gekratzt hat. Ja, auf jeden Fall. Und dem hat der Gimmick-Wechsel auch gut getan. Der hat sehr connected mit dem Publikum, dem hat aber dann ein Heal-Turn nicht so gut getan letzten Endes. Also, das ist ein Wrestler, der oben teilweise mitgespielt hat, aufgrund, weil man da das richtige Gimmick für ihn gefunden hat. Ein Gimmick, was wirklich funktioniert hat. Ja, genau so war's. Genau, da sieht man deswegen, wie wichtig Gimmicks auch sein können. Es gibt ja viele Gimmicks, die dem Wrestler wirklich Positives gebracht haben. Es gibt aber auch viele Gimmicks, die ja den Wrestler letzten Endes abgewertet haben und die mir eher in der Karriere geschadet haben. Ich fände es gut, wenn wir so ein paar Beispiele gleich aufzählen wollen, nachdem ich noch einen Wrestler nenne, bei dem mir das überhaupt das allererste Mal aufgefallen ist mit dem Gimmick-Wechsel. Und das ist ganz am Anfang, meine Anfangszeit des Wrestlings gewesen. Da gab es einen Edeljobber in der WWF, der hieß PJ Walker. Der wurde ja dann, den haben wir gar nicht gedacht, Olaf, gell? Der wurde ja dann zum Portuguese Man-O-War, Aldo Montoya, und später dann noch zu Justin Credible. Also der hat ja auch große Veränderungen mitgemacht und ihm haben die Veränderungen zumindest auf jeden Fall gut getan. Zumindest kurzzeitig. Also zumindest der Sprung zu ECW und da die Entwicklung, die er da genommen hat, das hat ihm auf jeden Fall sehr gut getan. Bei der WWF von PJ Walker zu Aldo Montoya. Zumindest bekam er eine Musik und auch Siege. Aber eine Maske. Aber zum einen der wichtigsten Gimmick-Wechsel überhaupt kommen, das ist Kane. Ich meine, der ist jetzt so ewig lang dabei gewesen oder immer noch dabei. Ohne das Gimmick-Wechsel zu Kane, ich glaube nicht, dass der so lange bei WWE geblieben wäre und auch nicht so erfolgreich gewesen wäre. Weil er hatte ja echt verschiedene, vorher war er, glaube ich, Zatenarzt mal, ne? Genau, Dr. Isaac Jankum war er mal, genau. Dann war er auch noch der Fake Diesel, meine ich, ne? Ja, war er auch. Auch natürlich nicht funktioniert. Und dann kam halt Kane und wow. Also wie krass ein Gimmick was ausmachen kann. Allein schon beim Debüt, das war direkt Main Event. Wo du vorher eigentlich nur ein Undercard bist, plötzlich, bumm, klappt alles. Wobei ich damals sagen musste, also ich fand auch einen Isaac Jankum wrestlerisch für so einen großen Mann immer beeindruckend. Aber der hatte eben ... Aber das Gimmick war halt scheiße. Die Persönlichkeit dahinter war eben total blöd. Das war das Problem dran. Aber da hast du eben schon gesehen, dass der irgendwie Talent hat. Aber dass einfach diese Rolle, auch mit diesen furchtbar dämlichen Ideen mit den fauligen Zähnen und dem ganzen Drumherum, was da irgendwie mit einherkam, das hat halt einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und das hat man dann auch als Zuschauer nicht angenommen. Aber als Kane debütiert ist, habe ich halt erst mal gar nicht verstanden, dass das der ehemalige Isaac Jankum ist. David, du hast ihn damals gesehen. Nein, das wusste, glaube ich, keiner. Der war ja auch von der Statur her einfach ... Ich glaube, der hat noch mal zugelegt an Muskelmasse. Und das war, nein, wegen der Maske, du wusstest es nicht. Und daran denke ich auch nicht. Was ich nur anmerken möchte, ist, wenn wir bei Gimmickwechsel sind, muss man, glaube ich, noch unterscheiden. Es gibt Gimmickwechsel, die halt klar von der Corporation kommen und quasi vorgegeben sind. Und ich glaube, wichtig ist beim Gimmickwechsel generell, dass der Wrestler sich damit identifiziert. Oder am besten ist es seine Idee gewesen. Und er hat sich was dabei gedacht. Weil zum Beispiel auch bei Matt Hardy, wenn Wrestler sich identifizieren und sich halt wirklich Gedanken machen, die Arbeit da ordentlich reinstecken, die man halt eigentlich erst im Nachhinein sieht, dann kann ein Gimmick ja sehr gut funktionieren. Aber ich glaube, wenn du halt dich eigentlich gar nicht damit identifizierst und das auch gar nicht die Möglichkeiten ausnoten willst, dann funzt es halt nicht. Zum Beispiel ein Gold Dust ist für mich ein Beispiel. Es war ja ... Dustin Rhodes ist ja ein Wrestler, der hat ja zig Gimmicks gehabt, die ihn alle genervt haben, wo er einfach mega gefrustet war. Und die Wahrscheinlichkeit war eigentlich sehr hoch. Beim Gold Dust auch nicht funktioniert. Und hier hat er es halt so rumgemacht, dass er gesagt hat, ja, okay, jetzt habe ich halt dieses Gimmick und dann lote ich mal jetzt aus, wo die Grenzen sind. Und eigentlich ist er im Verlauf ja immer weitergegangen. Also er hat dann einfach gesagt, okay, das ist jetzt mein Ding und ich schaue mal, wie weit es geht. Und das macht sehr viel aus bei Gimmickwechsel. Genau. Also da fällt mir auch ein Chris Jericho zum Beispiel ein, der ja auch so diverse Transformationen durchgemacht hat in seinem Karriereverlauf. Von dem Blutschipper, dem Lionheart, was wir am Anfang gehabt haben, bis später zum Best in the World und dann eben dem Best Friends, nenne ich es einfach mal, Jericho mit der Liste und so weiter. Und jetzt heute auch Le Champion bei AEW. Großartig. Oh, a little bit of the bubbly. Genau. Oh, a little bit of the bubbly. Den merkst du zum Beispiel an. Das Gimmick, er hat da Bock drauf und diese Motivation, das kommt einfach so krass rüber. Absolut. Aber im gleichen Zusammenhang muss man dann auch Cody Rhodes nennen, der ja auch innerhalb der WWE einige Wechsel hatte und sich jetzt letzten Endes als American Nightmare im Grunde selber wieder gefunden hat und zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist und jetzt endlich das verkörpert, was er eigentlich gerne verkörpern wollte. Ja. So ist es. Du hast gerade eben auch schon angesprochen, jemand wie ein JBL fällt da noch irgendwo mit rein, der damals noch als Justin Hawk Bradshaw und dann nur als Bradshaw irgendwie da so in der Midcard rumgedümpelt ist. Bei der APA damals zum Beispiel als Tag Team Wrestler an der Seite von Ron Simmons natürlich. War ganz nett, aber erst mit dem Wechsel zu dem JBL-Charakter ist er letztlich ja da auch wirklich dann in ein Main Event gerückt. Ein Edge zum Beispiel ist auch so ein Kandidat, der bei der Brute natürlich schon ziemlich cool irgendwie gewesen ist, aber dann erst als er so ein Klamauk-Bruder da geworden ist mit Christian an der Seite, da auch, das war kein richtiges Repackaging natürlich, aber es war eine Entwicklung, die da sehr interessant war zu sehen und deswegen, das sind so ein paar Leute, glaube ich, die haben wir jetzt aufgezählt, bei denen hat's ganz gut funktioniert. Vielleicht auch, da kann man auch noch einen, von mir ist auch noch mal einen, wie heißt das, einen Hulk Hogan noch mal mit einnehmen, wenn man sich da die frühen Aufnahmen von ihm anschaut, als... Aber ich hab, aber... Sorry, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte nur, bevor du jetzt wechselst, noch einen, was noch was ganz anderes sagen, und zwar, bevor du's mir wegnimmst, es gibt nämlich auch genau das Gegenteil der Fall, es gibt Leute, die einen ganz coolen Charakter, ein ganz cooles Gimmick haben und dann mit einem neuen Gimmick total zerstört sind, das bestes Beispiel, ein Wrestler, der Mitglied bei der Spielbett Squad war, bei der coolsten Gruppierung überhaupt und dann zu einem langweiligen Dolph Ziggler wurde. Ich mag Dolph Ziggler, schade. Ja, ich weiß, ich wollte nicht, dass ich mir den Witz nicht habe, aber Dolph Ziggler mochte man ja auch eine Zeit, aber aktuell nicht mehr, deswegen wollte ich diesen Witz jetzt, bevor Olaf mir den zerstört, indem er Dolph ... Bei Dolph Ziggler ist er ein Beispiel dafür, dem hab ich das zum Beispiel gar nicht zugetraut. Also ich hätte nie gedacht, dass einer von den Spirit Squats mal irgendwann ein Single-Wrestler wird und sich raus ... Beziehungsweise wenn, dann war's ein anderer. Da war's, Kenny hieß der, ne? Kenny Dykes war ja der Mann. Genau, weil der war ja auch erb. Er hat ja dann auch die Fede gegen Ric Flair, wo du dachtest, alles klar, er ist es. Nee, da fehlte einfach was und dann kam Dolph Ziggler und der hat dann abgerissen. Ja, mit dem hat man dann ein bisschen längerfristige Pläne gehabt und der hat ja auch immer wieder mal mit dem Publikum connectet. Das hat ja auch funktioniert. Nur dann unglückliche Umstände, mangelndes Vertrauen vom Management und so weiter und so fort kam da rein. Aber dann lass doch mal hier über so ein paar Charakterwechsel sprechen, die einfach nach hinten losgegangen sind. Shaggy, da haben wir ja einige in der Historie und über einen. Da werden wir auch noch in unserer Videoreihe noch mal sprechen. Ich hänge da ein bisschen hinterher, Entschuldigung dafür, aber da ist einer dabei, der als arroganter Halbgott angefangen hat und dann auf einmal der All-American sein sollte. Ja, ob das wirklich so eine Verschlechterung war, ist wieder eine andere Frage. Für mich schon, klar, auf jeden Fall. Wir reden von Lex Luger. Das ist jemand, dem man auch ein Gimmick aufgedrückt hat in der WWE, der arrogante, selbstverliebte Narzissist Lex Luger, der dann aber aufgrund des Mangels an Top-Faces als neues Face auserkoren wurde. Und wie macht man das besser? Wenn eine WWE denkt, dachte sich ein Vince McMahon, man macht ihn zum amerikanischen Patrioten und lässt ihn den armen Yokozuna-Slammen auf den heißen, heißen, heißen Flugzeugträger. Ja, das zum Beispiel eine Variante. Also gut, die Lex Luger-Geschichte war aber cool. Darf mal kurz fragen, also Lex Luger vorher hat ja bei euch wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Also bei mir ging es zumindest auch nicht. Nee, das stimmt. Aber hier fand ich das halt ... Doch, doch. Du machst mir grad Angst. Ich fand den fantastisch. Also sorry, dass ich unterbreche. Ich fand den Narzissist, ich fand das Narzissist-Gimmick richtig gut. Ich hab das mit Olaf auch schon mal gesagt. Ich fand das toll. Dieses Posen vor dem Spiegel und dieses Selbstverliebte. Das hast du schon nachgemacht. Das war noch mal eine ... Na klar, das mach ich immer. Das mach ich aktuell gerade im Moment auch. Fünf Frauen um den Umständen. Na wirklich, die sich vor dem Spiegel stehen. So muss das sein. Das war noch mal ... Ich mochte ja auch Rick Model Mattel und John Michaels so zu ihrer Anfangszeit. Das war aber irgendwie noch mal eins drüber, fand ich. Und ich fand das geil. Ja, okay, aber sagen wir, Shaggy fand das toll. Olaf und ich fand das nicht toll. Aber dieser Sprung, dieses Gimmickwechsel, der war ja ... Krasser kannst du da nicht machen. Und da lag auch ein bisschen für mich das Problem darin. Du hast halt vorher den arrogantesten Typen, den du im Worcester hast. Und dann sagst du, ey, auf einmal ist er jetzt der All-American-Good-Guy und ihr müsst ihn so toll haben. Und er tourt mit seinem tollen Bus durch Amerika und ist ja generell so toll und liebt ihn. Und das ist so ins Gesicht gedruckt gewesen. Und so ein Kontrast, dass ich mich fast als Kind so innerlich übergeben habe. Das war halt wirklich so ein schlimm ... Ja, du kannst ja Gimmickwechsel machen, die halt einfach, wie wir schon sagten, einen Teil des Charakters übernehmen oder halt irgendwie zu dieser Person zumindest passen. Aber hier ging das halt gar nicht. Das ist so vergleichbar vom Ekelfaktor her wie ... Ja, wie bei Headbanger Mosh zu Biva Kliwitsch. Wo ich jetzt schon irgendwie Gänsehaut kriege, wenn ich nur dran zurückdenke. Also, manche Gimmickwechsel sind ja ganz nett und überraschend, weil es halt mal eine neue Seite zeigt. Aber das sind halt Seiten, die möchte man nicht sehen. Ich fand dieses All-American-Gimmick ja am Anfang ganz cool irgendwo. Ich mochte diese Szene auf dem Flugzeugträger. Wir haben es in dem Videobeitrag da schon mal angesprochen. Kleiner Spoiler vorweg. Es gibt im WWE-Network, gibt's, ich glaub, eine Vier-Stunden-Doku, wo der ganze Kram zusammengeschnitten ist. Wer eine richtig hohe Schmerzgrenze hat und wirklich furchtbar viel Langeweile und noch viel, viel mehr Langeweile in seinem Leben gebrauchen kann, der sollte sich diese Dokumentation angucken. Also, das ist eine harte Kiste auf jeden Fall. Shane und ich haben es dir angeschaut. Ich mochte das am Anfang ganz gern, danach dann eben nicht mehr. Narcissist Lex Luger fand ich auch schwierig. War ich auch kein Riesenfreund von. Aber das sagt, glaub ich, auch Großteils daran, dass ich auch Lex Luger einfach immer langweilig fand. Ich fand ihn auch als Total Package, was, glaub ich, die einzige Rolle gewesen ist, in der er funktioniert hat, da fand ich ihn eben auch schon ziemlich langweilig. Also, ich kann mich an ganz wenige Momente erinnern, wo ich gesagt hab, ja, Lex Luger, jetzt aber holler die Waldfee. Ja, aber das ist auch das einzige Problem an Narcissist-Gimmick, dass es halt Lex Luger verkörpert hat. Das Gimmick selber mochte ich sehr. Der hat halt auch eine Hackfresse so. Es ist halt so. Hätte er schenklich verkörpert, hätte er es funktioniert. Verdammt. Genau. Ja, ich wär vielleicht im Ring nicht so gut wie Lex Luger. Ich will nicht sagen, dass Lex Luger gut ist, aber ich würde behaupten, Lex Luger ist tausendmal besser als ich im Ring. Ich hab nur ein bisschen eine Ringerfahrung damals gehabt in der Wrestling-Schule auch. Aber es ist schon ewig her. Also, sagen wir's mal so, ich mochte Lex Luger deutlich mehr als das All-American-Gimmick. Aber ich find's witzig, dass sich David innerlich erbricht. Das find ich schon ein bisschen eher. Ja, ich hab halt manchmal so Fremdschämen, wenn das so richtig mit der Faust ins Gesicht gedrückt wird. Ah. Ich hoffe, du hast dich nur metaphorisch innerlich erbrichtet. Nee, ich hab grad extra auf Mute gestellt und wisch grad weg. Es gibt natürlich auch so diverse andere Wechsel, die wir grad bei großen Wrestlern in der Vergangenheit bei der WWE gesehen haben. Es war natürlich so was, dass dann auf einmal aus einem Mark Henry, dem ehemaligen Olympiasieger, wurde dann Sexual Chocolate. Aus Visera wurde die World's Biggest Love Machine. Aus dem guten Great Khali wurde der, wie ist er denn damals, der Punjabi-Playboy war's doch, wenn ich mich komplett täusche. Der Punjabi-Play-Vinus. Ja, na ja, aber ich will erst mal von diesem Wechsel, von diesen Monstern hin zu diesen wahlweise tanzenden, ne, hier, Funkasaurus. War auch vorher Bodyguard und Zerstörer für Dolph Ziggler. Und auf einmal wurde Brodess Clay dann zu Funkasaurus, der für mich genau einmal funktioniert hat. Das war bei deinem Debüt, da fand ich das total geil. Und danach total abgenutzt. Aber ich finde das so merkwürdig, dass wir hier diesen Wechsel immer wieder haben, vom Monster hin zu wahlweise Tanzen oder zum Love Machine oder was auch immer. Darüber, woher kommt das? Du wirst mich jetzt fragen, wann ich Monster bin. Ich weiß es nicht. Verdammt. Ich denke mal, das hat auch ein bisschen was mit Vince Humor zu tun. Ich glaube, das ist schon ein großer Faktor in der Zeit gewesen, und das halt, je größer der Kontrast ist, desto größer ja auch eigentlich der Schock oder zumindest die Reaktion, weil desto weniger rechnest du halt mit so etwas. Kann funktionieren, muss es nicht. Bei Mark Henry hat es halt super funktioniert, muss man halt sagen. Ja, wenn du dann halt bei seiner Speech hörst, wo der da aufhören will und Co., dass die da alle Sexual Chocolate schenken und Co., ist alles dabei gewesen. Also, ja. Das ja, aber das war ja dann auch schon nach der Hall of Pain-Sache. Ich glaube, da hat Mark Henry sich auch noch mal sehr massiv Kredit für erwrestled, für die Art und Weise, wie er damals dieses Hall of Pain-Gimmick rübergebracht hat. Aber was generell so die krassen Gimmick-Wechsel angeht, also gerade halt Monster zu irgendwelchen Spaßcharakteren oder sexuellen Charakteren, das kann halt auch nicht jeder verkörpern. Und ich glaube, daran steht und fällt das auch, wie sehr man sich selber auf die Schippe nehmen kann. Das stimmt. Und zum Beispiel jemand, der es nie konnte, bei dem hat man sogar zweimal versucht, das ist ein Albert, A-Train damals. Da war ja auch mit Scotty-Tohotty zusammen. Oh ja, das war auch eine schlimme Zeit, ja. Und später war er doch ... Der hat doch auch dann noch ... War der auch bei Funkasaurus dabei, oder? Vertuhe ich mich gerade. Der hat doch nach diesem Tensei-Ding, was auch nicht funktioniert hat. Stimmt, die sind ja noch als Tag Team. Ich hab dich zum Glück erfolgreich verdrängt bis jetzt, lieber Olaf. Dankeschön. Das hat alles nicht funktioniert. David, bitte noch mal innerlich erbrechen für mich. Nee, ich hab gerade nur Schmerz, weil Olaf alte Wunden aufreißt. Ich hab auch noch ein gutes Beispiel. Und zwar hatte man ... Es war in den 80ern, man hatte zwei Wrestler zur Auswahl, die schon sehr erfolgreich waren, die Riesentalente waren. Und man hatte zwei Gimmicks, die man ihnen aber gerne geben wollte. Und hat sich dann überlegt, na ja, einer von den beiden, der wird zum Mr. Perfect. Und dem anderen, der wird zum Red Rooster. Ja, und einem hat's geholfen. Red Rooster. Dem einer hat sie Karriere zerstört. Das ist, glaub ich, das bekannteste Beispiel, wie ein neues Gimmick oder wie zwei neue Gimmicks bei allem eine Karriere machen, beim anderen zerstören, wie du schon richtig gesagt hast. Eine Terry Taylor und Mr. Perfect, Kurt Hennig. Ja, das war ... Das ist, glaub ich, bis heute so das Paradebeispiel dafür, wo es funktionieren kann und wo es dann eben nicht funktioniert. Kann man, glaub ich, gar nicht weiter ausführen. Nee, muss mir nicht mehr zu sagen. Ich fand einen Terry Taylor auch sonst echt ein bisschen langweilig. Ich hab den auch damals noch bei der WCW gesehen. Da ist er ja als Taylor-Made-Man angetreten. Und ich glaub, Shaggy, du hast das auch gesehen, oder? Das müsste so 1990, 89, 90 gewesen sein. Da war der auch nicht geil. Ja, aber der hatte zum Beispiel auch eine coole Zeit bei der York Foundation, die ich irgendwie richtig cool fand. Und dann auch sein Split von der York Foundation, den fand ich damals auch irgendwie ganz cool. Und auch vor der Red Rooster-Zeit hab ich ein paar Sachen gesehen, wo er mich schon überzeugt hat. Klar hat ein Kurt Hennig deutlich mehr Charisma, als es ein Terry Taylor hat. Aber ein Terry Taylor war im Ring auch ein richtig guter. Aber es gibt auch Wrestler, die nicht so spannend auf den ersten Blick sind, die halt noch was werden können, aber dann auch wieder fallen können. Also die halt stark vom Gimmick profitieren. Das ist für mich zum Beispiel ein Billy Gunn. Also das Tech-Team fand ich das halt nicht so prall. Dann New Age Outlaws. Super. Und was danach kam ... Oh, später. Kein Fan. Ja, Mr. S. Oder Rockabilly. Rockabilly war davor. Ich mein halt eher dann irgendwelche Tech-Teams und so. Ach so, du meinst Billy und Chuck? Das fand ich doch fantastisch. Das war schon schwierig. Ich glaub, da gehört dann auch mal zu ... Bei Gimmickwechsel, ich glaub, ein Wrestler oder eine Company kann sich so viele Gedanken machen, wie sie wollen. Es kommt auch darauf an, ob das Publikum die Person auch in diesem Gimmick sehen möchte. Weil manchmal siehst du halt einen Wrestler und denkst so, nee, sei doch bitte anders. Ja, ganz gutes Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist dann zum Beispiel der Wechsel von Devon Dudley zum Reverend Devon. Das hat das Publikum überhaupt nicht angenommen. Das wollte man nicht sehen. Man wollte sehen, wie Devon den Tisch holt, aber man wollte ihn nicht irgendwie sehen, wie er betet. Wie er am Tisch sitzt, wollte man nicht sehen und die Kollekte eintreibt. Nee, das ist richtig. Da wiederum auch jemand, bei dem es geholfen hat, dass er das Gimmick gewechselt hat, Deacon Batista, der damals noch an der Seite von Reverend Devon ja debatiert ist und dann irgendwann zu dem Animal Batista geworden ist und da wirklich dann auch hervorgestochen ist. Aber als Deacon Batista mit den Kontaktlinsen damals, das hätte auch nicht funktioniert. War noch ein Mega-Gimmickwechsel, den ich ja auch nirgendwo in der Liste sehe. Finde ich eigentlich traurig. New Day. Weil, ganz ehrlich, die drei Wrestler, die hätten es nie einzeln, glaub ich, an den Top geschafft und dann eigentlich mit einem Gimmick, was zum Scheitern verurteilt war und dann haben die das halt selber immer mehr erweitert, dass es irgendwann einen Hype gab. Weißt du, David, deswegen steht hier nicht alles drauf. Man muss ja auch noch mal Überraschungen hier offen lassen, weißt du? Ja. Ja, aber es ist ein Paradebeispiel für Gimmick-Change mit super Effekt für alle. Genau das, auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein Gimmick hinter, dass ich ein sehr, sehr großes Fragezeichen setzen will. Und dann habe ich noch eins, hinter dem ich wahrscheinlich eher ein Ausrufezeichen setzen würde zu eurer Verwunderung. Aber kommen wir erst mal zum Fragezeichen. Nein, nein, sag nicht, welches welches ist. Okay. Dann fange ich einfach ganz anders an und nennen Wrestler, der in den 80ern auch sehr erfolgreich war, auch eine große Fanbase hatte und den man dann aber ja lange Zeit nicht gesehen hat und der dann Anfang der 90er zurückkam. Ich rede von Toni Etlers als Saba Simba, als der tanzende, ja, man muss es sagen, sorry, Neger. Ja, das war wirklich ganz schrecklich. Also er ist ja da wirklich als, ja, als Eingeborener irgendwo da mit, mit Speer und Kopfschmuck und so durch die Gegend gehüpft, mehr oder weniger. Und das als jemand, der eben schon vorher etabliert gewesen ist. Das war wirklich richtig schlimm. Richtig wie Ron Simmons mit der Gladiatormoske. Schlimmer, aber schlimmer. Ich glaube, Toni Etlers war schlimmer. Ja, Vince hat lang dazu, Dunkleutige irgendwie als Krieger darzustellen. Entschuldigung, ist so. Ja, es ist halt Klischee-Denken, ne? Also das ist irgendwie so, ne? Dann bringe ich jetzt das andere Beispiel. Da reden wir nicht über dunkelhäutige Menschen, reden wir über weiße Menschen. Ich rede von dem Wechsel von Chavo Guerrero zu Kervin White. Da würde ich nämlich zu eurer Überraschung wirklich jetzt mal ein Ausrufezeichen hintersetzen. Ich fand das Gimmick gar nicht so schlecht wie viele andere. Ich fand, das hätte was werden können. Der hat es super verkörpert. Da war Chavo am Mic besser denn je, muss ich sagen. Ich glaube, da kam halt der frühe Tod von Eddie Guerrero dazwischen. Wer weiß, wie sich das Gimmick entwickelt hätte. Wer weiß. Ich fand's cool. Das Gimmick war aber super schwierig und extrem rassistisch einfach. Und es hat einfach nicht funktioniert beim Publikum. Also er hat ja sein Bestes gegeben. Aber das ist halt der Punkt, will das Publikum denjenigen so sehen? Ich meine, er war eh nicht der Interessanteste, aber das ging ja gar nicht. Also es war ja toten Stille bei den Promos. Ja, bei seinem Debüt nicht unbedingt. Und es gab auch schon Reaktionen. Aber das Gimmick hat er ja gar nicht so lange performen dürfen oder lange darstellen können. Weil, wie ich's gerade gesagt hab, man hat ja dann Eddie Guerrero tot aufgefunden und dann konnte man einfach dieses Gimmick auch nicht weiterfinden. Klar war's rassistisch, war kein cooles Gimmick. Aber ich finde, er hat's cool verkörpert. Und vielleicht hätte er mit noch einem kleinen Wandel oder so, hätte er das vielleicht auch nochmal wirklich anders porträtieren können. Dann wär's vielleicht cooler gekommen. Aber das ist nicht so schlecht, wie's gemacht wird, dieses Gimmick. Ja. Ja. Weiß nicht. Also, White nicht. Ich fand das damals schon ganz furchtbar. Aber ich fand auch Chavo Guerrero immer furchtbar langweilig. Apropos furchtbar. Es gibt ja auch furchtbare Gimmicks, aus denen Western halt echt was rausholen, womit du nicht rechnest. Zum Beispiel Hurricane Helms ist für mich ein Beispiel. Das Gimmick ist eigentlich total für einen Eimer zu einer Zeit, wo eigentlich Comic-Gimmicks nicht funktionieren können. Aber der hat halt das Beste rausgeholt. Und das hat funktioniert. Das stimmt. Du greifst jetzt aber in einen Teil unseres Plans vor. Du Sack. Penis. Nein, das ... Aber du hast ... Jawohl. Du hast natürlich absolut recht, klar. Es gibt natürlich auch manchmal Quatsch-Gimmicks, aus denen dann wirklich das Beste rausgeholt wird. Hurricane Helms fand ich damals auch richtig gut. Es gibt aber auch andere Superhelden-Gimmicks, die natürlich ein bisschen problematisch gewesen sind. Stichwort Arachna-Man zum Beispiel. Chagy, ich glaub, du wolltest gerade was sagen. Nee, ich würde sagen, machen wir einfach da weiter. Im Grunde habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Genau. Wir haben auf der einen Seite jetzt einen Gimmick-Wechsel gehabt, wo es den Leuten Erfolg gebracht hat. Siehe Stonecoast, Steve Austin, Triple H, The Rock und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wir auch drüber gesprochen, dass manchmal auch eine Transformation Wrestlern schaden kann und womöglich einen hoffnungsvollen Neuanfang relativ schnell vor die Wand fahren kann. Und jetzt hatten wir aber noch einen Vorschlag bekommen vom Frank, als ich letztens mal nach Themenideen irgendwie gefragt habe. Und der hat gemeint, spielt doch mal eine Runde Recycle a Gimmick. Die Grundidee dahinter ist ganz einfach. Nämlich, wir quatschen jetzt einfach mal über ein paar Gimmicks, die es in der Vergangenheit gab. Und sprechen mal darüber, ob die heutzutage noch funktionieren würden oder ob man die anpassen müsste. Und da habe ich gerade schon ... Deswegen habe ich gerade den David auch so ein bisschen angeraunst hier, dumm von der Seite. Da war nämlich der Superheld, Hurricane Helms war nämlich dabei, weil wir gerade schon dabei sind. David, funktioniert so? Wird sowas heute noch funktionieren? Ein Superheld. Wir sind in den Zeiten von Avengers. Meiner Meinung nach nicht. Das hat damals funktioniert, wenn man sich vorstellt, wie die Zielgruppe war. Die haben halt auch gerne was getrunken. Es war eine Partystimmung. Und da war einfach von wegen, lass doch einfach Spaß haben und nimm nicht alles zu ernst. Und gerade in Zeiten vom Internet, wo man alles ernst nimmt und gerne alles real haben möchte, so wie ich auch. Nein, das würde in meinen Augen nicht funktionieren. Shaggy, glaubst du, wir brauchen mehr Superhelden im Wrestling? Wir brauchen nicht mehr Superhelden. Aber ich glaube, dass zumindest, wenn es der richtige Wrestler wäre, der den Charakter verkörpert, würde das absolut fantastisch funktionieren. Ich würde das feiern. Ich bin ein großer Superhelden-Fan. Und ich glaube, da gibt es etliche Leute, die das auch feiern. Natürlich muss man es mit einem ironischen Anstrich annehmen, dieses Gimmick. Das kann man nicht 100% ernst nehmen. Das wut es damals nicht. Und es dürfte es dann halt auch nicht. Und ich glaube, das würde tatsächlich fantastisch funktionieren. Es kommt natürlich darauf an, wer das verkörpert. Ja, Hurricane Helms hat ja letztlich auch dadurch funktioniert, dass er sich ja auch selber nicht ernst genommen hat. Und dass ja selbst die Wrestler im Ring mit ihm ihn teilweise nicht ernst genommen haben. Also wir erinnern uns an diesen Moment. Ich glaube, war das nicht im Royal Rumble, wo er versucht hat, Triple H und Stonko Steve Austin in einem Rutsch rauszuwerfen und sie beide am Hals gepackt haben und sie ihn dann im hohen Bogen rausgeworfen haben. Und vor allem dieser Blick so, sag mal, was will dieser kleine Typ da? Hatte was von einem Bud Spencer-Film. Ja. Und, äh, mein, Hurricane Helms funktioniert heute noch. Also der geht ja heute noch, oder nicht heute, aber heute arbeitet er bei WWE, aber vor ein paar Jahren. Und letztes Jahr war der doch bei Superstars of Wrestling auch hier in Deutschland unterwegs. Der funktioniert immer noch. Und ich glaube, dass in einer gewissen Art und Weise als Comedy-Gimmick, glaube ich, kann ein Superheld noch funktionieren. Und ganz kurz zu Hurricane, das hat ja ... Wie es nicht funktioniert, ist Roman Reigns. Gut, der ist ja auch jetzt ... Das ist ja ein gutes Beispiel, wie Superhelden nicht funktionieren sollten. Aber das ist ja auch kein Superheld mit Cape. Ein Superheld braucht natürlich immer einen Cape. Wenn Roman Reigns einen Cape hätte, dann würde er, glaube ich, gefeiert werden. Das wäre ein bisschen geil. Entschuldigung. Ich finde eh, dass im Wrestling viel zu selten Capes getragen werden. Eben, jeder sollte einen Cape tragen. Jeder. Aber nochmal zu Hurricane Helms. Das war halt auch der richtige Westler, der dieses Gimmick verkörpert hat. Weil der war ein großer Westling-Fan und natürlich, äh, super Superhelden-Fan war ich natürlich. Und der hat das ja auch, ähm ... Ja, der hat ja auch die Queen Lantern-Tattoo auf dem Arm gehabt. Also der war schon immer Superhelden-Fan. Und das hat sich ja irgendwie bei so einer ... Bei so einem Segment, wo sich die Westler ja so ein bisschen verkleidet hatten. Das war irgendwie so ein Halloween-Segment oder ein ... Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da hat er sich ja das erste Mal als Superheld verkleidet. Und das kam so verdammt gut an. Das war ja auch die Idee von mir selber. Und er hat die Idee auch weitergebracht. Er hat die Offiziellen überzeugt, als Superheld aufzutreten. Die Idee kam ja auch von ihm. Und er wollte das so. Und er hat das einfach großartig dargestellt. Auch an der Seite noch dann mit Rosie und, ja, Mighty Moly nicht unbedingt. Aber so, ähm, das hat auch noch funktioniert. Also das war schon cool. Und wie gesagt, wenn's der Richtige wäre, würde das heute absolut noch funktionieren. Das glaub ich schon. Du meinst dem Superhero in Training, kurz Shit, Rosie? Genau. Okay, gut. Ich wollte das nur noch mal hier Buchstabe für Buchstabe ausführen. Wo wir gerade von Ironie gesprochen haben, würde so was wie Eugene heutzutage noch funktionieren? Damals hat's ja zumindest phasenweise geklappt. David kichert und darf auch antworten. Entschuldigung, also wir sind 2019, in einem Jahr, wo du eigentlich, egal was du sagst, irgendjemanden auf die Füße trittst und jemand diskriminierst oder sonst irgendwas. Ich möchte mal gern sehen, wie die WWE da abgehen würde, wenn die jetzt noch mal so was wie Eugene bringen würden. Zum einen, ich möchte das nicht unbedingt sehen, aber zum anderen, ich mein, die würden ja tausend Leuten zeitgleich auf die Füße tritten. Am besten noch eine Frau, die das darstellt, dann haben sie alle an der Hals hängen. Also, nee, das ist ganz so, mal ehrlich, du trittst da wirklich heute jeden irgendwie, du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Also, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, ich würde mich da auch nicht wohl überfühlen. Und Shaggy, wie wäre es bei dir? Glaubst du, sowas kann auch gehen? Ich glaube, das sollte man, sagen wir es mal so, ich würde es wahrscheinlich feiern, aber man sollte es nicht machen. Ich glaube, in der heutigen Zeit sollte man das definitiv nicht tun. Man hat ja, das ist jetzt Vorsicht Ironie, man hat ja einen anderen Charakter, der leicht dümmlich und leicht zurückgeblieben wirkt, aber den setzt man gerade als Universal Champion ein. Alter. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Shaggy ist heute ... Unkommentiert. Ja, ist heute Anti-Rollins irgendwo. Wo wir gerade bei Dingen sind, die vielleicht heutzutage nicht mehr gehen, was ist denn mit dem bösen Ausländer? Mohammed Hassan habe ich ja einfach mal so exemplarisch aufgeschrieben, der ja damals mit den Terroristen den Undertaker plattgemacht hat. Entschuldigung, Terroristen maskierten. Shaggy, du zuerst. Ja, ich finde, das ist eigentlich genau das falschste Beispiel für den bösen Ausländer, weil gerade Mohammed Hassan, das war ja einer der wenigen bösen Ausländer, die sehr vielschichtig waren. Das waren ja sonst immer wirklich die bösen Ausländer, die besser waren als die Amerikaner. Mohammed Hassan, da steckte ja mehr dahinter. Der war ja Amerikaner, wie er gesagt hat, aber er wird in dem Land, in das er eigentlich liebt, und zwar Amerika, nicht angenommen. So begann das Gimik. Und das fand ich geil, weil es so vielschichtig war. Und das fände ich interessant, spannend, das Gimik so nochmal irgendwie zu probieren. Und natürlich würde ein böser Ausländer, der funktioniert in Amerika immer, also gerade wenn du im Süden Amerikas unterwegs bist, dann funktioniert sowas. Ich möchte mich nochmal für meine Seth Rollins-Aussage entschuldigen. Die meine ich natürlich nicht ganz ehrlich. Der Kai schreibt schon über den Brief. Das macht nichts. Tut mir leid, ich entschuldige mich bei allen Seth Rollins-Fans. Der ist ein super Wrestler. Der ist auf jeden Fall ein guter Wrestler. Ich wollte mich nur über ihn lustig machen, weil er aktuell manchmal nicht immer so sympathisch rüberkommt. Aber nochmal zu einem bösen Ausländer zurück. Ich glaube, das funktioniert einfach in Amerika. So doof es ist, sowas funktioniert halt einfach. Darf ich was sagen? Ich glaube, das funktioniert nicht nur in Amerika. Ich glaube, das funktioniert überall. Vor allem dann, wenn du ein nicht 100% smartes Wrestling-Publikum hast. Dem widerspreche ich jetzt einfach mal. Okay. Und zwar dahingehend. Ja, du sagst ja nicht smartes Wrestling-Publikum. Ich glaube, kulturell ist das echt ein krasser Unterschied zwischen beispielsweise Europa und Amerika. Auch von der Art, wie man halt die Welt sieht. Oder ob man halt eher in seinem Kosmos sich als einziges Zentrum sieht. Ich finde das erst mal echt schwierig, dass gerade, ja, Wester, die ja ein bisschen arabisch aussehen oder indisch oder sonst was, in der WWE eigentlich immer Standard-Gimmicks aufgedrückt bekommen. Und die sind auch immer zum Scheitern verurteilt, weil egal, wie gut sie sind oder wie stark sie aufgebaut werden, es kommt irgendwann der starke Amerikaner, der sie dann schlägt. Und danach werden sie halt ziemlich schnell fallen gelassen. Ich glaube nicht, dass in Europa funktioniert. Wie halt Shaggy sagt, das ist ein wichtiger Punkt. Wir, auch in Rousseff zum Beispiel, mit diesen ganzen Russland-Zeugs, was da aufgefahren wurde damals. Das fand ich super, Entschuldigung. Ja, das war ja ganz super. Aber in Deutschland würdest du niemals, glaube ich, erleben, dass die Leute deswegen so hasserfüllt buhen teilweise oder halt ausrasten und beleidigen und schimpfen. Wie in Amerika. In Amerika ist einfach, da gibt es halt die Standard-Bösewichte, genau wie in Hollywood-Filmen genauso. Weiß halt, Russe immer böse, Araber sowieso. Und schlag mich tot. Das, ah. Da widerspreche ich. Ähm, weil auch hier, wenn du, bestes Beispiel in Deutschland. Ähm, der böse Franzose funktioniert hier noch ganz hervorragend. Ähm, ich wollte noch weiterreden. Jaja, Entschuldigung. Ich darf auch mal reingrätschen. Das ist auch mal mein Job. Ähm, aber das funktioniert, der böse Ausländer funktioniert im Wrestling einfach. Und das ist egal. Du musst nur den richtigen Stereotypen finden für das Land, in dem du eben deine Show veranstaltest. Und dann funktioniert das auch. Genau, ich wollte da weiter sagen. Dasselbe würde zum Beispiel auch funktionieren, wenn du jetzt eine Show in Saudi-Arabien machst, wenn man das irgendwann mal machen sollte. Und da stellst du halt am besten irgendwie einen Amerikaner hin, der halt sich als Soldatin stellt. Und dann irgendwie einen arabischen Wrestler vermöbelt. Dann hast du auch einen Wage-Sondergleichen. Also jedes Land hat ja auch ein bisschen so seine, äh, Feindbilder in Anführungszeichen. Nur trotzdem, selbst wenn du einen Franzosen nehmen würdest oder irgendwas anderes, was halt, äh, nicht gerade auf Freude stimmt, äh, hier treffen würde. Ich glaub einfach nicht, dass du so krasse Reaktionen ziehen würdest. Oder zumindest nicht so, nee, andersrum. Nicht so echte Reaktionen. Ich glaub, in Deutschland ist auch viel dabei, dass du halt sagst, von wegen, oder in Europa, ist halt Show. Ey, ich mach mal mit. Ey, du bist nervös, geil. Ich buddich halt aus. Ich geh da halt mit. Und ich glaub, in Amerika ist da auch vieles. Dass nicht unbedingt jeder checkt, dass es halt einfach Show ist. Bleib mal locker. Sondern da ist auch sehr viel, ja, bildungstechnisch, gerade im Süden, im Argen. Und da ist es halt oft sehr real, was da rüberkommt. Es ist auf jeden Fall einfacher. Also, ihr habt beide recht, aber ich muss, ich muss da, ich muss da, glaub ich, eher für David in die Bresche springen. Weil es ist schon einfacher, dass in Amerika den, den bösen Ausländer darzustellen. Ich glaube, dass es in Deutschland, wenn du jetzt den Franzosen bringst, da ist schon auch bei dem Publikum sehr viel Ironie dabei. Sicherlich hat's auch was mit dem Intellekt des Publikums zu tun. Dem will ich nicht widersprechen. Es würde überall funktionieren, wenn man es richtig macht. Aber so, in Amerika und auch Saudi-Arabien ist ein gutes Beispiel. Da bringt man aber nicht dann den Amerikaner, da bringt man den Iraner zum Beispiel. Das hat man ja mit den, das hat man ja auch gemacht. Das hat man da ja gemacht, auch bei der ersten Show in Saudi-Arabien. Da hat man ja die Daivaris auch irgendwie gebracht. Das hat da funktioniert. Und da bringt man ja auch. Und das Gegenbeispiel jetzt zu bringen, worauf wir hinaus sind, der Patriot, Hexar Jumdang, das Beispiel in Amerika, funktioniert ja auch super gut. Und ein, wie heißt er, Mansur? Mansur, funktioniert in Saudi-Arabien ja auch fantastisch. Ich meine, der hat immerhin da große Siege schon eingefahren in Saudi-Arabien und auch nur da. Ich stelle dir das mal ein Bild davor, wie es ein deutscher Wrestler mit einer deutschen Fahne die ganze Zeit stolz durch den Ring geht und in der Promo sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Allmächtiger. Das ist ja eh eine andere Geschichte. Weißt du, was ich meine? So allgemein in Europa ist das so ein bisschen anders. Man muss halt einfach sagen, kulturelle Kontraste sind halt einfach da, gerade auch bei Auslegungen der Gimmicks. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also, Patrioten-Gimmick funktioniert natürlich auch bevorzugt in den USA. Jim Duggan, der Patriot. Selbst ein Hulk Hogan ist ja ein Patrioten-Gimmick gewesen. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und selbst ein Ultimate Warrior hat sich damals die amerikanische Flagge aufs Gesicht gemalt und hat verloren. Aber ja, glaubt ihr, dass das Patrioten-Gimmick heutzutage noch wieder funktionieren würde? Und bräuchte man sowas, David? Da auch wieder das Ähnliches. Ein reines Patrioten-Gimmick hast du halt in Amerika. Wird super funktionieren. Für mich ist halt John Cena aktuell halt oder immer noch sowas wie halt der Real American, der halt gerne dann gegen die bösen Ausländer in den Ring trat in den letzten Jahren. Da ja, aber ich glaube halt, gerade ein patriotisches Gimmick kann weltweit nicht funktionieren oder einen lange hochhalten, wenn das Gimmick nur darauf basiert. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich glaube, es kann auch funktionieren, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher war. Ich glaube, da sind die Menschen auch, es kommt auch wieder drauf an, vor welchem Publikum du auftrittst. Aber im größten Teil würde ich sagen, klar funktioniert ein Patriot, der hat es zumindest leicht, aber der funktioniert nicht auf Dauer und funktioniert nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher war. Gut. Springen wir zum nächsten Gimmick-Bereich hier und das sind die Alltagsjobs. Duke the Jumpstart, Rosie haben wir gehabt. Wir hatten TL Hopper. Wir hatten, ach Shaggy, was hatten wir noch? Sein Lieblingswessler. Nämlich? Friseur, hallo? Punkt, Punkt, Punkt. Hä? Brutus Beefcake? Mein Brutus. Ach so. Was? Ja, der war jetzt aber nicht der klassische Friseur. Er hat ja nicht tagsüber als Friseur gearbeitet. Er hat halt eine Talkshow in einem Friseurladen. Er hat den Leuten die Haare geschnitten, kam mit einer Schere zum Ring. Ich glaube schon, dass das ein bisschen ... Der hat die Leute ... Ja, aber er kam mit einer großen Schere zum Ring und hat den Leuten die ... Mit einer Hackenschere, wer weiß ich, ja, Gartenschere, so was Großem und hat den Leuten, die verloren haben, dann eine Haarsträhne abgeschnitten. Die haben sich ja nicht bei ihm dann die Friseur bestellt. Genau, die haben sich ja nicht die Friseur bestellt bei ihm. Ja, ich sag mal so, ein Zahnarzt-Gimmick hat man auch nicht. Aber er war ein Friseur. Doch, der Böse war ja ein böser Zahnarzt. Das ist wieder was anderes. Ja, aber es gab noch ... Ja, es gab den Eishockey-Spieler. Den Müllmann hat er den. Den Steuerberater. Den Steuerberater gab's. Und den Lehrer. Es gab auch den Autodieb. Ja, der hat ... Nee, 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 nee. Das war kein Autodieb. Der Wipoman hat ja keine Autos geklaut. Nee, nee, der war überhaupt kein Dieb. Im Gegenteil, der hat den Leuten, die irgendwie ... Ja, wie sagt man das? Den noch Schulden haben? Der hat die Schulden. Das war ein Schuldeneintreiber. Nein, ich meine, der ist ... Wie hieß der? Wipoman? Ja, natürlich. Das war ein Schuldeneintreiber. Ach so. Das war ein Schuldeneintreiber. Der steht ja für Repossessed. Und da geht's halt eben darum, wenn du deine Miete nicht zahlst, dann kommt der Wipoman vorbei und er holt dein Auto, weil du ihm deine Miete nicht zahlst. Ich hab mir immer gedacht, dass wir ein Einbrechen. Wegen der Maske. Hat David das Gimmick nicht verstanden? Nein, ich war auch jung. Und unschuldig. Der war ein Einbrecher. 40 Jahre später. David wird endlich über den Repo-Main aufgeklärt. Wir hatten auch schon ein Gefängnisinsassen. Das stimmt. Alltagsjob. Gefängnisinsassen. Das gehört aber dazu. Ja, natürlich. Ich weiß, was du meinst. Absolut. Ich hatte auch grad noch ein paar andere ... Polizist. Auch der Pirat oder sonst Polizist. Pirat ist auch kein Job. Wir hatten Polizisten. Jakobus und Indianer sind auch kein Job. Aber wir wissen, was wir meinen. So diese Alltags ... Diese Charaktere. Aber Big Postman war schon geil. Und diese Jobs-Vorkörperung. Ja, aber dein Gimmick war ja, dass er früher mal Gefängniswärter war. Also er war ja nicht ... Wir reden ja wirklich von Leuten wie ein Duke Drosy. Da hieß es ja wirklich, der geht tagsüber den Müll einsammeln und abends geht er wrestlen. Oder ein TL Hopper. Der ist Klempner und arbeitet als Klempner. Und abends wrestelt er noch. Ein The Goon. Der ist Eishockey-Spieler. Und lässt sogar sein Eishockey-Uniform an. Und der ist aber so brutal, dass er so ein Bulli, dass er abends noch andere Leute im Ring vermöbeln will. Weil er hat einfach mehr Zeit, weil er immer auf der Strafbank sitzt. Das stimmt. Mein Gott, ich hab genau gewusst, dass es irgendwann hier ausartet, diesen Podcast. Würde sowas heutzutage noch funktionieren? Ich sag's nicht. Als Influencer oder sowas. Alle im Boden. Mega-Hinten. Also, passt auf. Ganz ehrlich. Ich seh das ganz genauso wie beim Superhelden. Du kannst ja nicht fünf verschiedene Alltagsjobs haben. Aber wenn's einen gibt, der das richtig cool verkörpert, dann kann das auch funktionieren. Das ist sicherlich dann kein Main-Eventer. Genauso wie der Superheld nicht. Das wird nie ein Main-Eventer sein. Aber es ist ein erfrischender Mid-Cut-Wrestler. Wenn man das wieder mal probieren würde, ich würde das feiern. Und wir haben's ja auch in der abgewandelten Version. Wir haben ja die Bibliothekare bei AEW. Und die find ich fantastisch. Ich find sie fantastisch. Man macht so wie Heath Slater, dass man halt sagt, ich arbeite für die Kids zu Hause. Funktioniert auch super. Held des Alltags. Richtiger Ehrengang. Warum auch nicht? Was haben wir noch? Wir haben über die sexuell konnotierten Charaktere gesprochen. Da haben wir aktuell ja auch mit Lana und Bobby Lashley ein sehr sexuell konnotiertes Paar, was hart an der Schmerzgrenze des Fremdschäbens meandert immer wieder. Ich find's toll, wie Bobby Lashley schaut. Ich find's teilweise sexuell, muss ich sagen. Also bei der Hälfte der genannten Darsteller, den würd ich das sexuell abnehmen. Aber ich sag nicht, bei welcher Hälfte. Ich sag nicht, bei wem es albern wirkt. Und ich sag nicht, bei wem es funktionieren kann. Wenn der Partner nicht da wäre. Aber ich glaube, es könnte ... Also mit Bobby Lashley funktioniert gar nichts. Auch keine Alltagsshops. Ich glaube, es könnte funktionieren, sexuelle Charaktere. Wäre aber halt ein Eigentum, weil wir wieder bei dem Punkt sind 2019. Da kriegst du mal richtig einen drauf. Aber es würde funktionieren, weil Sex sieht immer, sorry. Ja, ich glaube auch, dass das gehen würde mit den entsprechenden Figuren. Dann auch vielleicht, wahlweise, ich glaub, das muss dann entweder sehr provokant sein. Also so, dass es wirklich hart an der Schmerzgrenze ist. Und zwar auf eine wirklich provokante Art eben. Nicht so wie jetzt Möchtegern provokant aktuell bei Bobby Lashley und Lana. Sondern dann wirklich in die Fresse. Oder eben wirklich so subtil, dass man das irgendwie anders aufbaut. Übrigens, ganz kurz, Godfather, Valvinus, also Zuhälter und Pornodarsteller, sexuell orientierter Charakter, klar. Aber auch Alltagsjobs. Nur mal so. Ja, da hast du recht. Alltagsjobs sind auch reiche Schnösel natürlich. Million Dollar Man, Ted Tibiase, JBL haben wir angesprochen. Auch in Alberto del Rio ging in diese Richtung. Meiner Meinung nach ist das, was einfach als Heal-Charakter supergut funktioniert und was du heute problemlos wieder bringen kannst und was du immer wieder einbauen kannst. Haben wir ja auch ein bisschen so. Ich drehe einfach mal vor, weil ich jetzt einfach eingeworfen habe. Haben wir ja so ein bisschen auch aktuell so jemand wie, MGF ist ja so der reiche Schnöseljunge irgendwie so. Also das funktioniert auf jeden Fall, wenn es auch da der richtige Typ verkörpert. Bei ihm ist es fantastisch so. Und ich glaube, das würde auch immer wieder, immer noch funktionieren. Klar, nicht mehr so wie der bei Million Dollar Man in diesem Million Dollar Anzug, in diesem glitzernden Anzug mit den Dollarzeichen drauf. So würde ja keine heutzutage rumlaufen. Aber also das würde schon noch gehen, klar. Muss man mal in den Wohngegend kommen, dann laufen die alle so rum. Okay, lassen wir es einfach mal so stehen. Bist du dann der Virtual von den anderen? Ich traue mich nicht raus. Kuss auf die Augen, weiß schon Bescheid. Wir haben noch hier so ein paar Unter-Gimmicks ein bisschen. Ich habe noch einen Charakter, den wollte ich einfach noch hier mit im Podcast aufnehmen, weil der absolut großartig gewesen ist. Das war Waylon Mercy. Psycho-Gimmick, aber eben subtil. Psycho. Ich weiß, dass Shaggy den sehr mochte. Und ich weiß auch, dass David den, glaube ich, auch sehr mochte. Wer will zuerst? Stille. Keiner mochte den. Ich kann mich nicht mal an den erinnern. Ich weiß nicht, wie du gerade darauf kommst, dass ich den mochte. Ich mochte jemanden wie Brian Pillman. Das fand ich super. Ich weiß nicht, wie... Ja gut, Brian Pillman muss ja jeder mögen. Brian Pillman, mein absoluter Liebling aller Zeiten übrigens. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Waylon Mercy, das, ja, Dangerous Dan Spivey vorher, bei den Skyscrapers auch, zu dem Zeitpunkt, als Waylon Mercy schon im Ring, leider weit über seinen Zenit hinaus, auch durch Verletzungen, konnte sich auch nicht mehr richtig bewegen. Aber das Gimmick, das ist ja das Gimmick, was auch einen Pui-Wide am Anfang quasi so ein bisschen inspiriert hat. Also nicht den Fiend, sondern den alten Pui-Wide. Das war so ein bisschen angelehnt. Also ich fand das Gimmick fantastisch. Er hatte super verkörpert seinen Blick. Also war unglaublich. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an den Blick von Waylon Mercy denke. Ich glaube, klar, auch hier muss ich sagen, wie bei fast jeder Frage, wenn es der richtige Wrestler verkörpert würde, sowas fantastisch funktionieren. Und das ist auch jemand, den man dann auch im Main Event einsetzen kann. Das ist ein geiles Gimmick, der wirklich, der Psycho, das funktioniert einfach. Ich meine, auch wieder ein aktuelles Beispiel, nicht ganz so extrem, aber ein John Moxley funktioniert ja auch, geht ja auch in die Richtung so ein bisschen. Ja, ich finde auch, Psycho-Gimmick geht immer, für mich zählt auch Mankind ein bisschen zum Psycho-Gimmick. Ja. Da geht es überhaupt, wie Shaggy gesagt, es muss halt ein Wrestler sein, der das halt auch gut verkörpert, glaubhaft verkörpert und vor allen Dingen durchzieht. Wenn ich halt daran denke, was Mick Foley allein schon alles gemacht hat, als er Mankind war, das halt zum Beispiel sich ausgedacht hat mit der zweiten Musik und mit dem Haare ausreißen und Co. Oder jetzt halt John Moxley, der zieht das ja auch richtig gut durch. Und das passt einfach. Und dann kann es heutzutage immer funktionieren, weil Psychos sind spannend. Also, ich finde es toll. Ja. Das denke ich auch. Ich habe jetzt hier noch, abschließend hatte ich noch den Undertaker, das alte Zombie-Gimmick. Ich glaube, sowas haben wir ja im Endeffekt jetzt mit dem Fiend, aber eben auf eine modernere Art und Weise. Also, da sind ja schon die Parallelen schon da irgendwo. Aber eben, wir sind nicht mehr Anfang der 90er, sondern wir sind eben 2020 beinahe. Ich glaube, da kann man jetzt auch sagen, das kann funktionieren, aber man hat natürlich heutzutage dann die Herausforderung, wie man das eben umsetzen wird. Und die grundsätzliche Frage ist natürlich auch, David, braucht man noch Gimmicks? Braucht man so Gimmicks wie heute überhaupt noch oder soll einfach jeder er selber sein, nur ein bisschen lauter? Ich beantworte das mal so, die Frage ist ja, nicht soll, sondern braucht. Brauchen tut es das moderne Weston in meinen Augen nicht, weil bei AEW beispielsweise gibt es jetzt nicht tausend verschiedene Gimmicks. Stört mich auch nicht, dass die halt bei den, ich habe ja nicht gesagt, dass nicht alle kein Gimmick haben, sondern halt, du unterscheidest sie zwar schon, aber es ist halt nicht so, von den Gimmicks her, dass die so sehr in your face sind, dass die nicht so auf den ersten Blick das direkt weiß, ist alles klar, das ist hier jetzt der Zombie. Der Luchasaurus? Ja, ich habe ja gesagt, nicht alle. Aber, ne, es ist halt, großteils ist es ja dort so. Die haben halt schon ein Gimmick, aber ein Gimmick jetzt nicht so offensichtlich, so extrem, sondern halt so Realpersonen, die halt einfach unterschiedlich sind, wie halt auch reale Personen halt einfach sind. So, das ist halt, ich beziehe mich jetzt darauf, auf diese sehr starken, prägnanten Gimmicks. Braucht das Wrestling in meinen Augen nicht unbedingt. Allerdings merkt man gerade halt auch bei The Fiends beispielsweise, ein gutes Gimmick, auch wenn das halt ein bisschen over the top ist, kann halt einfach eine weitere Würze reinbringen und halt den Wrestling auch sehr gut tun. Was es halt nicht gut ist, sind halt Gimmicks, die total Fremdschämen erzeugen. Das ist dann eher ein Nachteil. Also, man braucht es nicht zwangsläufig, aber es ist auch gut, wenn welche dabei sind. Shaggy? Ja, ganz klare Antwort. Das moderne Wrestling braucht auch noch Gimmicks, um es einfach noch mal facettenreicher, schöner zu machen. Auch diese over the top Gimmicks, wie David es gerade bezeichnet hat. Ich finde, davon gibt es einfach viel zu wenige. Liegt ein bisschen daran, dass in der heutigen Zeit sicherlich so ein Gimmick es viel schwerer hätte. Also so in Zeiten des Internet-Bashing würde das ja die ersten Monate sicherlich erst mal niedergemacht werden. Ich weiß, wie viele von euch auch, ich bring das Beispiel wieder, die Librarians hassen, aber das ist ein Gimmick, was auch witzig ist. Das will kein Main-Event-Gimmick sein. Das will einfach sich abheben von den anderen normalen Leuten. Man will ja und Peter Avalon, wenn man den einfach so in den Ring gehen sieht, dann ist das auch was anderes, aber so mit seinem Pssst und allem, was dazugehört, aber auch andere Gimmicks. Lucho Soros hast du genannt. Was wäre mit dem Wrestler, wenn er jetzt nicht Lucho Soros wäre? Wer weiß das schon. Er ist ein guter Wrestler, aber der hebt sich nochmal von der Masse ab. Der ist was Besonderes. Und ich finde, man braucht mehr solche Gimmicks. Man braucht mehr Leute, die sich so ein bisschen abheben. Ich mag es nicht, wenn alle irgendwie so gleich da sind in ihrer kurzen Hose und alle ganz normale Leute sind. Ich finde, man braucht nicht mehr so viele Gimmicks wie früher. Das auf jeden Fall nicht. Aber es würde es bereichen, wenn man so ein, zwei, drei, vier mehr Gimmicks jeweils hätte und die einfach irgendwie was darstellen, was es so einfach noch nicht gibt, was vielleicht mit dem Funken und mit so einem Schussironie dann auch wirklich dann funktionieren könnte. Ich bin da bei Shaggy. Ich mag Gimmicks hier und da ganz gern und vor allem aus den Gimmicks heraus können ja dann auch wiederum noch andere Charaktere erwachsen. Man hat das beispielsweise bei einem Ilya Dragunov gesehen, der damals bei der WXW auch erst mal als böser Russe aufgetaucht ist und dann eben daraus oder das genutzt hat, um daran zu wachsen und weil du auch nicht auch mit dem Gimmick gewisse Schwächen innerhalb deiner Aktion ein bisschen überdecken kannst. Du kannst das Gimmick nutzen, wenn du es gut umsetzt, um über bestimmte Schwierigkeiten, gerade in der Anfangsphase bei jungen Wrestlern hinwegzutäuschen. Das kann man eben auch machen und darauf dann eben aufbauen und aus dem Gimmick ausbrechen. Das geht eben immer noch. Deswegen, ich finde, Gimmicks braucht das Wrestling nicht so übertrieben, wie das in den 90ern gewesen ist, dass jeder Wrestler irgendwo ein komisches Gimmick gehabt hat, einen komischen Charakter verkörpert hat. Aber eine gute Mischung, glaube ich, macht es da aus. Und ich glaube, damit können wir hier den Transformations- und Gimmick-Podcast erst mal abschließen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir noch diverse Male über Gimmicks reden werden. Insofern ist das nicht das letzte Mal. Jemand, der keinen Gimmick gebraucht hat, war Samoa Joe. Da haben Shaggy und ich bei Patreon Steady in Helden aus der zweiten Reihe natürlich drüber gesprochen. Ansonsten aktuell im Match of the Week haben wir da natürlich auch noch das Match mit Mr. Perfect und Bret Hart. Da sprechen David und ich, der Kai und ich sprechen darüber, weil der Kai sich das gewünscht hat tatsächlich. Unglaublich, aber wahr. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt hier einfach mal zu den Fragen. Ich wollte gerade nur noch mal so den kleinen Einschieber hier reinbringen, was wir noch irgendwie anderweitig haben. Also ihr wisst, wenn ihr mehr von uns hören wollt, schaut da gerne bei uns auf Patreon auf Steady vorbei, unterstützt uns da für einen kleinen Obolus und bekommt jede Menge Kram. Wir haben noch ein paar Fragen und ich würde sagen, die bauen wir jetzt ja auch gleich ein, weil der Marcel hat uns nämlich unter anderem Mail geschrieben mit einer Frage, die ganz gut passt. Und er fragte, was sagt ihr eigentlich dazu, dass Owen Hart ja damals das The Game Gimmick von Triple H hätte bekommen sollen? Wie hätte das wohl ausgesehen? Wie erfolgreich wäre das gewesen? Und was wäre eigentlich aus Hunter geworden? Sehr viele Was-wäre-wenn-Fragen ist ja immer sehr beliebt. Shaggy, was glaubst du, wie hat das funktioniert? Ist eine sehr gute Frage, die natürlich sehr schwierig zu beantworten ist. Also das The Game Gimmick war ja, wie man so gehört hat, auch wirklich erst mal für Owen Hart irgendwie gedacht. Aber es passt natürlich aber auch verdammt gut zu Triple H, beziehungsweise hat er ja sein eigenes Game dann quasi draus gemacht. Und ich mochte Owen die ganze Zeit immer, immer was er verkörpert hat. Einer meiner absoluten Lieblinge aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hätte. Das ist schwierig zu sagen. Das kann man so einfach nicht. Es wäre auf jeden Fall ein anderer The Game, als es jetzt Triple H dann wurde. Hätte vielleicht auch funktioniert, aber ich glaube auch, dass Owen auch so, wie er ohne The Game schon war vorher, dass er noch zum Main-Eventer geworden wäre. Er hätte nicht so eine tragische Geschichte irgendwie gehabt. Und ein Triple H, dem hat das auf jeden Fall gut getan, also was wäre aus ihm geworden, wenn er es nicht bekommen hätte? Ich glaube, der Wett hätte sich trotzdem irgendwie durchgesetzt, weil da ist jemand, der immer wusste, was er will und auch die richtigen Wege gegangen ist und auch sicherlich die richtigen Personen um sich gescharrt hat, die ihn bei seinem Weg unterstützt haben. Aber er ist auch verdient da, wo er jetzt ist, glaube ich. David? Ich denke auch, Triple H hätte es so oder so geschafft. Das war schon, als er die Ex übernommen hat, du hast halt gemerkt, da baut sich Main-Eventer auf und er geht halt auch diesen Weg. Ich glaube, Owen Hart, so fantastisch er auch war, das The Game-Gimmick, das hätte bei ihm einfach nicht funktioniert und mag blöd klingen, aber allein schon wegen der Statur her. Weil ich finde, dieses The Game, das war deshalb auch eindrucksvoll, weil Hunter zu der Zeit auch ein sehr eindrucksvoller Typ einfach war und eine gewisse Dominanz ausstrahlte. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, also wie Shaggy das schon gesagt hat, ist natürlich eine Frage, wie dann eben ein Owen Hart dieses The Game-Gimmick umgesetzt hätte. Kann ich mir super schwer vorstellen, weil ich auch diesen Charakter eben so schwer greifbar finde. Woran macht man das fest? Ich finde die Art und Weise, wie ein Triple H The Game verkörpert hat, eigentlich nahezu makellos und perfekt. Ich weiß nicht, ob Owen Hart das so gut umgesetzt hätte und ich glaube, da gehört auch diese Körperlichkeit so ein bisschen dazu, dass auch Triple H das extrem gut darstellen konnte. Ich weiß nicht. Interessant wäre es gewesen. Ich glaube aber, so hat es dann ganz gut gepasst. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Da hat der Janne gefragt per Facebook, ist der Sandman eigentlich noch im Ring aktiv? Und da kann man sagen, ja, ist er. Immer noch. Hin und wieder mal. So ein bisschen. Überraschenderweise. Die Ex-Member hat gefragt bei YouTube und mich direkt angesprochen. Olaf, weißt du, wieso Rob Van Dam bei WWE-Fans so unfassbar over gewesen ist? Also ich spreche wahrscheinlich so Zeitraum 2-1, 2-2, 2-3, so um den Dreh, vielleicht auch noch ein bisschen später hinterher, als er da bei der ECW wieder zurückgekommen ist. Bei ihm ist die Halle ja regelrecht explodiert. Ja, gute Frage. Ich glaube, dass Rob Van Dam einfach einen extrem guten Ruf damals gehabt hat und vor allem auch viele angesprochen hat, die so ein bisschen das WWE-Produkt damals satt gehabt haben. Ich glaube, dass er so ein bisschen ja so eine Art Rebellen-Charakter gewesen ist, weil er einen anderen Stil gehabt hat, weil er eine andere Mentalität gehabt hat und das kam anscheinend irgendwo an. David, weißt du, warum Rob Van Dam damals so extrem gut ankam? Warum mochtest du denn? Ich fand Rob Van Dam fantastisch. Ich nehme jetzt mal lieber den Vergleich ziemlich meine Frau quasi zur Rate, weil die war auch riesen Rob Van Dam-Fan. Die kannte ihn vorher nicht von ECW und bei ihr war einfach direkt so, wow, der ist super und es passte bei ihm alles zusammen. Erstmal, wie er reinkam, wie diesen Rob Van Dam, diese Aufsicht zeigen, das sollte man nicht unterschätzen. Und genau wie die AWD-Shans, die sind halt sehr cool, wie er sich im Ring bewegt hat, allein schon, wie er halt aufs oberste Seil gesprungen ist. Es sah einfach anders aus, dadurch, dass er halt ein bisschen so Martial Arts reingebracht hat, hat er sich ja abgehoben, Outfit war cool, bei ihm passt halt alles irgendwie, dass du halt sagst, ja, der ist halt cool, das ist so wie vergleichbar, Rob Van Dam ist für mich wie einer wie Jeff Hardy, wo du einfach auch gesehen hast, im Ring, irgendwie hatte der was und ja, komm, feier ich ab. Shaggy, willst du noch was hinzufügen? Ich glaube, dass wir David gleich nach dem Podcast nochmal die Haare nass macht und auf sich zeigt die ganze Zeit, weil das mag er scheinbar. Ihr habt alle schon Rob Van Dam das wichtigste im Grunde gesagt, der einzigartige Stil, den er hatte, aber eine wichtige Sache noch, der hatte auch wirklich, was man so vielleicht auf dem Fernsehen nicht so ganz richtig gesehen hat, aber wenn man ihn mal live gesehen hat, der hatte wirklich auch wahnsinniges Charisma, das ist ein Typ, der hatte eine Ausstrahlung, die hat einfach zu ihm gepasst, der hatte was eigenes und darauf sind die Fans einfach abgegangen, zu Recht. Da gehen sie heute immer noch. Kann man auch etwas Privates einwerfen? Ja. Ganz schnell, sehr surreal war, wie gesagt, meine Frau Rob Van Dam Fan, wir waren bei einer Veranstaltung in der Turbinenhalle, standen draußen, Rob Van Dam war halt in der Hauptshow dann drin, als letztes Match ging Sabu und wir standen draußen, ich rauch mir eine und plötzlich kommt Rob Van Dam entgegen mit einem Kaffee in der Hand und sagt einfach Hallo und das war so, so real für uns, weil das halt einfach so plötzlich so ein ganz normaler Typ war, der hat am Ende auch noch ein Foto mit meiner Frau und den Ring um, den Ring, den Gürtel um die Schulter gemacht. Sehr, sehr netter Typ, aber was du halt sagst, das stimmt echt, der hat irgendwie so, eine sympathische Ausstrahlung. Gut, fand ich auch, mochte ich, aber ich war auch immer ein Rob Van Dam Fan, ich mochte den auch sehr, irgendwann war, ist er halt langweilig ein bisschen geworden, da hat man sich auch nicht mit satt gesehen, aber für mich war der auch immer einfach eine Attraktion, wenn der früher auf der Kart gewesen ist, der war eben was Besonderes, Farbtupfer auf der Kart. Aber Farbtupfer, der Philipp fragt per Facebook, die Frage ist heute noch reingekommen, was würdet ihr als große Modesünden in der Wrestling-Historie bezeichnen? Ich hab schon spaßeshalber behauptet jedes Outfit von Charlotte Flair. Aber was fällt euch denn da an Modesünden ein? Und David, bitte keine nassen Haare. Nee, aber Platz 1 ist bei mir einfach der Umstand, dass Chris Jericho irgendwann eine kurze Hose angezogen hat. Das hat für mich den Charakter oder den Wrestler dermaßen anders aussehen lassen und schmächtiger und alt einfach falsch. Das war für mich eine ganz, ganz große Modesünde. Shaggy, was sind deine Modesünden? Also Modesünden im Wrestling ist natürlich schwierig, weil das sind ja auch immer so Outfits der Zeit gewesen. Klar gab es einige ganz schlimme Outfits, vor allem in den 90ern, schlimme Frisuren in den 90ern, die ganzen Fukuhila-Schnurrbart-Sachen sind natürlich schwierig und Outfits, so viele schreckliche Outfits, zu viele, um sie zu nennen. Aber ich nenne mal eine laufende Modesünde, die heißt Michael Hayes. Ja, das ist auf jeden Fall absolut richtig. Ach, wir haben noch vergessen, hier Gold, dass zu seinen Zeiten, wo dann später die Strapse über den Outfits sprug. Ja, das fand ich auch ganz furchtbar, das fand ich echt furchtbar, ganz grauenhaft. Aber Chris Javico, kannst du nachvollziehen, was ich meine, oder Olaf? Ja, ich fand es nicht ganz so schlimm, aber ich habe auch sehr lange gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Kann ich verstehen. Der Louis fragt noch, ich hole gerade das WWE-Jahr 1999 nach, mir fällt auf, dass die Zuschauer in den Arenen zwar sehr laut sind, aber dass es kaum Chance gibt. Wann fing es mit den Chance an und wann war es etabliert? So, das ist natürlich eine schwierige Frage. Da müssen wir jetzt einfach alle Jahre nochmal durchgehen. Ich glaube, das ist einfach dadurch gekommen, dass irgendwann Wrestling ein bisschen internationaler geworden ist und dass immer mehr internationale Fans auch gerade bei den großen Pay-Per-Views rübergekommen sind. So ganz bewusst. Schwierig. David, fällt dir was ein? Ich kann keinen genauen Zeitpunkt sagen. Ich glaube auch nicht, dass es rein Internationalisierung war, sondern großteils, vor allen Dingen, als die Demografie sich verändert hat vom Publikum, weil es, je mehr junge Männer reinkamen und du kannst davon ausgehen, dass die halt nicht nur beim Wrestling waren, sondern die gehen halt auch Basketball oder sind am College und haben da auch ihre Chance, die haben das quasi reingebracht. In dem Moment, als junge Erwachsene oder junge Erwachsene Männer reinkamen und vor allem die O-Band hatten, wurde es halt lauter. Du merkst es auch hier in Deutschland in der Hausshow, wenn du halt irgendwo einen Block hast, wo halt viele in, sagen wir so, Mitte 20 oder so rum sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es mehr Chants gibt als nur Geklatsche. Ja, wobei natürlich 1999, das war ja schon die Zeit, wo es eben, ne, fast nur junge Männer gewesen sind oder wo du zumindest ein sehr junges, erwachsenes Publikum angesprochen hast, die da zum Party machen hingegangen sind. Ich glaube, das mit den Chants hat wirklich was damit zu tun, dass das, dass vielleicht auch das Sehverhalten sich so ein bisschen angepasst hat, dass du auch selber Teil der Show sein wolltest. Wir haben diese Takeover-Geschichten gehabt, wo dann quasi Fans versucht haben, die Show zu hijacken. Und ich glaube, das rührt alles so ein bisschen auch mit einer Entwicklung der Demografie und auch der Wrestling-Kultur im Allgemeinen her. Dann macht wir einen anderen Punkt. Dann sagen wir doch in dem Moment, wo die Plakate immer mehr wurden. Ne, das ja eben nicht. Warum nicht? Weil das ist so der Moment, wo du halt dich mehr als Teil der Fans des Ganzen fühltest. 1999 waren die oder 98 herum waren doch die Anzahl der Plakate niemals so hoch wie 2000 etwa. Doch, Alter, na klar. Guck, das war die Stone Cold-Zeit. Da hing die ganze Halle doch voll. Shaggy. Ja, Olaf hat da, auch diesmal hatte Olaf vollkommen recht, da muss ich Olaf wieder zustimmen. Shaggy ist halt der Schichter. Nein, nein, die Plakate wurden weniger und die Chants wurden mehr. Ich glaube, das ist aber auch nicht nur im Wrestling so, in allen Sportarten. Klar, das Publikum hat früher gejubelt, aber so Chants in dem Sinne gab es auch so nicht. Das hat sich, es ist wirklich demografisch gesehen, hat sich das entwickelt, so wie Olaf das, glaube ich, beschrieben hat. Und das nicht nur im Wrestling, sondern in allen Sportarten. Da gibt es ja auch Chants mittlerweile. Es gibt auch für den Fußballmannschaften jetzt Chants. Was gab es in dem Sinne früher auch nicht so richtig. Die Leute haben geschaut, klar haben sie auch Stimmung gemacht, haben applaudiert und so, mal einzelne Namen geschrieben, aber dass sie sich zusammengeschlossen haben, um auch wirklich gemeinsam was zu rufen. Das gab es früher nicht so, in keiner Sportart. Ich muss mal mit Checky irgendwie in die Zeitmaschine gehen, mal zurück ins Stadion. Lass mal machen. Stadion ist wohl was anderes als Wrestling. Nee, nee, weil halt gerade andere Sportarten, nee, aber stimmt schon, das hat sich ja gerade in Amerika auch, im Basketball war ja früher gerade einfach nur passend klatschen und Co. vielleicht ein Defense, das war es, aber. Machen wir noch eine Frage aus aktuellem Anlass. Der Frank fragt per Mail, AEW läuft künftig auf TNT Serie, also quasi künftig bedeutet jetzt, aktuell, lief ja jetzt am 23. zum ersten Mal. Was sagst du zu diesen Entwicklungen und ist das ein guter Platz, um in Deutschland einzusteigen? David. Besser als nix. Ja, das Problem ist halt, im Idealfall wäre natürlich ein dicker Sender, aber das schafft WWE auch nichtmals. Es ist so gesehen wie ProSiebenMAX, ein Spartensender, jetzt halt noch kleiner, aber wir haben die Meldung bei uns auch gebracht und die gingen sogar ziemlich gut. Also ich glaube, es ist einfach vom Vorteil, dass man generell auf irgendeinem Sender ist, den zumindest theoretisch viele Leute empfangen können. Ja, ich persönlich, bevor Shaggy drankommt, weil ich weiß, was Shaggy sagen wird, persönlich finde ich es ein bisschen schwierig, weil eben, es ist, teils ein bisschen teuer natürlich, es ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden, es ist ein Spartensender, aber ich glaube eben auch, dass es erst mal nur der Anfang ist und ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, dass man eine Position hat erst mal und von da aus kann man dann arbeiten, plus natürlich da mit YouTube und Co. entwickelt sich das ja auch weiter. Shaggy, ich weiß, du bist zufrieden mit dem Platz. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin nicht sehr zufrieden mit dem Platz, aber ich sehe das wie David, es ist auf jeden Fall ein Anfang, ein Anfang ist gemacht. Natürlich wäre es besser, wenn man frei empfangbaren Fernsehen ist. Natürlich will man aber auch vor allem das Live irgendwie schauen. Also ich fände es okay, wenn man hinter der Paywall steckt, wenn man dafür das aber auch live sehen kann, wenn man aber trotzdem mit ein paar Tagen Verzögerung die Sendung erst sehen kann und nicht live, ist es hinter einer Paywall irgendwie eher verschenkt, würde ich so zumindest behaupten. Ich habe gehofft, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn es bei BZ-Serie oder woanders bei Sky kommen würde, wenn man aber auch die Möglichkeit hätte, es live zu sehen. Die hat man ja jetzt so in dem Fall nicht, sondern das ist ja auch mit zwei Tagen Verzögerung. Und ich weiß gar nicht, wird es wahrscheinlich trotzdem auch im Originalton dann zu empfangen sein. Zwei-Kanal-Ton. Ja, Zwei-Kanal-Ton. Genau, dann immerhin, immerhin schon mal das. Aber ich fände, wenn man schon hinter die Paywall geht, dann bitte auch live, finde ich. Man hat ja trotz allem auch die Möglichkeit, man könnte es ja bei Fy trotzdem noch anbieten, das auch live zu sehen. Ich meine, das macht man in anderen Ländern auch. Da ist man auch hinter, nicht im Free-TV, da ist man hinter, auch hinter einer Paywall mit den zeitverzögerten Ausstrahlungen. Aber man bietet den Leuten da auch die Möglichkeit, über Fight es nochmal anzuschauen. Ich glaube, in England ist es irgendwie so. Warum nicht auch in Deutschland? Also ich finde es eher ein bisschen schade, muss ich sagen, dass es jetzt nur so ist. Jo, damit sind wir erst einmal durch. Wir haben noch ein paar Fragen übrig, die heben wir uns einfach für das nächste Mal auf, weil ich weiß, dass hier einige von uns noch Termine haben. Nächste Woche geht es dann weiter im Programm mit, ja, Crown Jewel. Da halten dann David und Kai hier die Stellung. Ich bin dann auf dem Weg zur BlizzCon in den USA. Nächsten Wochenend-Podcast, da gibt es hier die erste beziehungsweise zweite Ausgabe von Head to Head. Die reichen wir nach sozusagen als Bonus. Der Shaggy und ich nehmen für kommende Woche für die Supporter noch den Halloween Havoc natürlich auf. Special Review 1993 habt ihr euch ausgesucht. Also Cactus Jack gegen Vader. Da werden Shaggy und ich dann drüber quatschen. Auch die Rufe, dass wir gerne mal wieder einen Live-Kommentar oder so ein Watch-Along machen, sind angekommen. Werden wir schauen, wie wir es in naher Zukunft irgendwie Ende des Jahres nochmal umgesetzt kriegen. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, wisst ihr, schaut gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da, schmeißt uns da was in die Kaffeekasse. Und in dem Sinne, glaube ich, sind wir durch. Und ich sage, Dankeschön Shaggy, Dankeschön David und darfst du nichts ausgeben. Danke, ich möchte mich nochmal kurz entschuldigen für meine Seth Rollins-Sachen irgendwie. Ich will nicht, dass das für... Das ist mir wichtig. Also ich meine, das ist ja nur wegen seiner Aussagen in letzter Zeit. Ansonsten ist er ja auch wirklich in Ordnung. Dann möchte ich mich bei euch beiden entschuldigen für die technischen Probleme, die wir irgendwie hatten. Wir zusammen. Aber hat ja am Ende alles funktioniert und wir hören uns ja auch alle drei ganz gut an. Und ich freue mich sehr, wünsche ihm, Olaf, viel Spaß in Amerika. Und ich wusste gar nicht, dass Alexa Bliss eine eigene Convention hat. aber viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.